Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 453. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Patricia. Hallo. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Ja, wir senden diese Woche live aus der beginnenden Herbstdepression, bevor wir dazu im Detail aber kommen, natürlich ein bisschen Housekeeping am Anfang und da sind diese Woche die Sandra und der Jörg aufgefallen, die haben nämlich eine kleine Sonderspende in unseren Hut geworfen, wofür wir sehr, sehr dankbar sind und nennen die beiden deswegen stellvertretend und wenn ihr da draußen auch wissen wollt, wie ihr einer von diesen Menschen werden könnt, die uns hier Woche für Woche, Monat für Monat unterstützen, dann schaut mal auf eintracht-podcast.de. vorbei, da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Infos. Da findet ihr unter anderem auch, und jetzt gut zu hören, einen Amazon Affiliate-Link, weil was im Herbst auch immer ist, was gegen die Herbstdepression hilft, sind so Sachen wie hier Black Friday, Cyber Monday und hast du nicht gesehen. Das heißt, wenn ihr da in den großen Shopping-Waren bei Amazon verfallt, dann nutzt doch unseren Affiliate-Link. Ihr zahlt nicht mehr und am Ende landet ein kleiner Teil bei uns, was wir dann hier verwenden, um uns Woche für Woche zu motivieren, um über die Eintracht zu reden. Und damit kommen wir schon zum Thema Herbstdepression. Wer auch mitten in der Herbstdepression ist, war die Eintracht am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die Hertha. Wer hatte denn mehr Depression, die Eintracht oder du, Patricia, bei diesem Spiel? Ach, ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, wahrscheinlich die Eintracht, was die Leistung angeht, weil ich bekomme meine Sachen zumindest noch einigermaßen auf die Reihe. Die Eintracht kriegt aktuell nicht so viel auf die Reihe. Deswegen habe ich das Gefühl, um sie steht es ein bisschen schlechter als um mich. Aber ja, es war schon sehr energieraubend. Ich hatte mir gedacht, ach ja gut, irgendwie, man ist ja in die Länderspielpause gegangen mit diesem Hoch nach den Siegen gegen Antwerpen und Bayern. Da hast du gedacht, okay, vielleicht doch nicht so cool mit der Länderspielpause. Ich hatte mich ja ehrlich gesagt gefreut auf eine Pause ein bisschen vom Fußball, weil ich keine Lust mehr hatte. Und ja, dann habe ich mir gedacht, vielleicht kommt die Pause doch nicht so cool. Also ich würde irgendwie doch gern weiter Fußball gucken. Und dann kam jetzt dieses Spiel gegen Hertha, wo man sich denkt, das ist halt ein Gegner. Bei dem war die Stimmung ja noch schlechter als bei der Eintracht. Also da ging ja wirklich gar nichts zusammen in diesem Verein. Da sind ja so viele Baustellen offen. Und es ist ja nicht nur das Sportliche, was nicht läuft. Das ist ja ganz, ganz dramatisch gefühlt. Und man denkt sich, okay, ein verunsicherter Gegner. Das ist ja top, wenn man gerade aus zwei Siegen kommt. Und dann diese erste Halbzeit. Und da war man dann wieder irgendwie so auf dem Boden der Tatsachen, in der Realität angekommen. Und dann fiel mir auch wieder ein, warum ich mich auf diese Pause gefreut hatte, so ein bisschen, ohne Fußball, weil ich mir dann nämlich sowas nicht antun muss. Weil das war schon sehr, sehr anstrengend. Also besonders die erste Halbzeit hat mich wirklich schockiert, muss ich sagen. Die war auch nochmal auf einem anderen Level schlecht. Also ich weiß nicht, was da tatsächlich passiert ist. Und warum man da irgendwie so gespielt hat. Also es gab ja dann auch, und da können wir gleich im Detail nochmal ein bisschen drüber reden, diese durchaus auch denkwürdige Pressekonferenz von Klaasner dann auch im Nachgang. Der ja auch gesagt hat, okay, es ist auch irgendwie so ein Stück weit seine Schuld. Aber ich frage mich dann immer, was ist denn bitte mit diesen Spielern passiert? Weil klar, die kommen aus dieser Länderspielpause und ja, das ist jetzt irgendwie ein anderer Gegner. Aber es machte für mich den Eindruck, als wenn da irgendwie eine ganze Menge von Spielern auf dem Platz stehen, die das erste Mal in so einem Profispiel irgendwie kicken. Was ist denn bitte mit denen in diesen zwei Wochen passiert? Das kann doch auch nicht mehr irgendwie nur eine Einstellungsgeschichte oder irgendwie, was ich dann auch in vielen Fällen gehört habe, ist, dass es dann dran gelegen hat, dass dann fehlender Support von den Rängen da war. Also ganz ehrlich, wenn du mit fehlendem Support auf den Rängen auf einmal von 100% Normalleistung auf minus 20% abfällst, dann ist doch da das Problem ein ganz anderes. Also das verstehe ich einfach nicht. Ja, René, da muss man ja sagen, das ist sicherlich ein Baustein, der nicht passt momentan, dass da vielleicht was fehlt. Aber das grundlegende Problem ist einfach, dass die Eintracht momentan, vom System her zumindest sehe ich das so, du hast gemerkt, in der ersten Halbzeit, es ging im ganzen Spiel ja nichts über die Außen. Noch schlimmer war vorne auch Lammers, der ja wirklich leider, muss man sagen, in dem Spiel wieder ein Totalausfall war. Auch Lindström, er hat in der Offensivbewegung nichts funktioniert. Und wenn dann ein Kostic auch noch nicht so performt, wie wir das manchmal kennen und uns alle wünschen, dass er das jedes Spiel bringen kann, dazu noch individuelle Fehler in der Abwehr hinzukommen, ein Indika, der auch leider wirklich einen ziemlich schlechten Tag erwischt hatte mit Stellungsfehlern und nicht durchgelaufen und so weiter, dann verlierst du einfach gegen die Hertha. Und das leider, leider völlig verdient. Und das ist eigentlich hier das Schlimme daran. Patrizia, du hast das gesagt, wir hatten die Woche vorher noch in der Sendung gewarnt, oh, vorsichtig, gibt ein Kampfspiel, das wird schwierig, da muss man aufpassen. Alle haben schon gesagt, ach, die Eintracht, jetzt haben sie gegen die Bayern gewonnen, da wird ja wohl Hertha kein Problem sein. Vorsicht, Vorsicht, Leute, wir haben es gesehen, tatsächlich, Vorsicht, Vorsicht hat überhaupt nichts gebracht. Die Eintracht war wie, der Stecker war wie gezogen, erste Halbzeit ging gar nicht zusammen. Mit den Wechseln angeblich eine sehr, sehr heftige Halbzeitansprache. Ich weiß nicht, ob ihr da mehr drüber wisst, die ja dann auch bei dem einen oder anderen anscheinend Wirkung gezeigt hat. Da ging ja dann auch ein bisschen was. Dann fängst du dieses unglückliche 2-0 in deiner Aufwärtsbewegung. Ja, man muss einfach sagen, das ist einfach zu wenig. Und was mir eigentlich dann am meisten noch wehgetan hat am Ende war, du kriegst diesen Elfmeter, der ja ein bisschen fragwürdig war, verwandelst den dann glücklich. Und dann denkst du ja, Mensch, Leute, supergeil, du hast noch 15 Minuten, vielleicht sogar mit viel Nachspielzeit noch ein bisschen mehr Zeit, um hier noch den Ausgleich zu machen. Und es kommt nichts. Es kommt gar nichts. Es kam doch vorher schon zu wenig. Ich meine, klar, du hast am beachten zu diesen Elfmeter. Aber du hast doch dann gemerkt, nach dieser Halbzeitansprache, die, so wie ich das auch vernommen habe, ein ordentliches Donnerwetter gewesen sein muss. Und ehrlicherweise hätte ich auch als Fan an der Stelle nichts anderes erwartet. Aber dann hast du doch festgestellt, okay, zweite Halbzeit, wir gehen anders ins Spiel, wir stellen das System um, wir laufen die Hertha an und die werden auf einmal nervös und machen Fehler. Und das Resultat davon ist, dass du in der 63. das 2-0 kassierst, um dann in der 78. durch diesen, nennen wir ihn mal positiv gewerteten Foul-Elfmeter, den Anschlusstreffer zu kommen. Also da ist doch auch in der Zeit dazwischen viel zu wenig passiert. Und das zeigt sich doch einfach wieder, wir haben keine Offensive, wir haben da vorne keinen, der irgendwas machen kann. Und was mich halt auch ärgert, ist, dass nach wie vor das System immer noch das ist, wir geben Kostic den Ball. Also da ist doch null Weiterentwicklung dran, das macht mich wütend. Ja, mich nervt auch ehrlich gesagt, wie die Tore gefallen sind. Das war komplett unnötig. Also auch das 2-0, was du gerade angesprochen hast, das sind alles, also es waren alles so Kontersituationen, in die man überhaupt erstmal gar nicht kommen darf. Und dann, weil man halt selbst so viele Fehler macht. Also man vertändelt den Ball ja so leicht, das sind Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Man verliert den Ball zu leicht. Man hat ja quasi der Hertha die Kontersituationen geschenkt. Die mussten dafür nicht arbeiten, die mussten nichts tun dafür. Es ist ja nicht so, dass die Hertha auf einmal guten Fußball spielt. Nein, du hast den wirklich auf dem Servierteller, auf dem Tablett serviert und gesagt, hier, lauf doch mal ein Konter, versuch's doch mal, ihr könnt es doch, guck mal. Und dann, weiß ich nicht, beim 2-0 war, glaube ich, Touré einfach zu weit weg von Mittelstädt. Der hat einfach reingeflankt, also komplett frei, hatte Zeit. Und dann hat Hinteregger den halt noch verpasst. Und dann, ja, fällt das 2-0. Also das war ein bisschen unglücklich, aber beim 1-0 halt genauso. Da kommt die Flanke und zwischen Dika und ich glaube, Kostic war dahinter. Ja, genau. Genau da steht Richter. Genau dazwischen und kann komplett frei ins Tor schießen. So, es ist halt sehr unglücklich, dass die Abstimmung da hinten scheinbar nicht stimmt, das Stellungsspiel auch nicht. Und wenn dann halt sogar die Defensive anfängt zu wackeln, na ja, dann wundert's mich nicht. Und ich glaube, wir waren auch ein bisschen, also ich sag mir nicht, wir waren ein bisschen, aber man hat sich so ein bisschen davon täuschen lassen, okay, man hat jetzt zwei Siege, das war gegen Antwerpen, war es kein gutes Spiel, man hat gewonnen. Ist okay, vielleicht hilft das emotional. Dann gegen Bayern dieser Sieg. Da lässt man sich ein bisschen von blenden, glaube ich, auch als Fan. Also man denkt sich, ach, vielleicht geht's jetzt bergauf. Aber man darf halt nicht vergessen, es war ja auch gegen Bayern jetzt nicht die allerbeste Leistung der Eintracht. Also da hat Trap ja auch sehr viel gerettet. Also hätte der nicht so viel gehalten, wie er da gehalten hat, hätte man das auch verloren. Und dann wird's auch nochmal anders aussehen. Ja, klar. Und also die Fehler waren da ja auch nicht, klar, das war eine bessere Leistung als gegen Hertha, das ist auch nicht schwer. Aber ja, das sind halt so Fehler und ja, Kleinigkeiten, die nicht stimmen, die sich aber schon über die ganze Saison ziehen. Und diesmal vor allem in der ersten Hälfte hat sich das ja komplett offenbart. Also das war wirklich die schlechteste Hälfte der ganzen Saison gefühlt, nicht mal gefühlt wahrscheinlich. Und ich weiß halt, ich finde es halt sehr frustrierend, weil man ja zum Beispiel gegen Bayern hatte man aber zumindest irgendwie so Ansätze gesehen und es ging nach vorne einigermaßen was. Und man denkt sich so, okay, wenn man darauf aufbaut und dann kommt diese Hälfte gegen Hertha. Und das war halt, harmlos ist ja eine Untertreibung. Und das ist halt irgendwie sehr, ja, demotivierend, muss ich sagen. Und die Mannschaft ist ja auch komplett verunsichert. Wenn ich mir überlege, wie Hasebe eigentlich immer ein Fels in der Brandung war, wo man gesagt hat, ach, den kannst du erstellen, der bringt da Ruhe rein. Ich erinnere mich an eine Szene, da spielt er dann einen total gefährlichen Pass. Und diesen flachen Pass, den er aus dem 16er da rausgespielt hat. Kürzlich, von der Grundlinie eigentlich, wo du einfach nur denkst, ich glaube auf so und so wird angelaufen, der Ball kommt zurück und zum Glück von dem Hertha dann kläglich vorbeigeschossen. Aber da muss man wirklich sagen, das hätte viel, viel krasser noch ausgehen können. Da kannst du wirklich froh sein. Und Patrizia, da hast du genau das Richtige gesagt. Das lag nicht daran, dass die Hertha so super geil gespielt hat und hier der absolut effizienteste Chancenverwerter war, sondern eher, Mann, waren wir schlecht. Wir waren so mies an dem Spieltag, dass selbst die Hertha gegen uns gut aussah, die auch Schrott gespielt haben. Was haben die Chancen vertändelt? Meine Güte, das war wirklich schlimm. Und dann ist, was mich hier an der Sache eigentlich am meisten aufregt, ist dann, das wollte ich auch mit dieser Geschichte erzählen, warum nach diesem geschenkten Elfmeter, oder geschenkten Elfmeter ist falsch ausgedrückt, aber doch sehr positiv für uns ausgelegten Elfmeter, nicht dieser Aufschwung nochmal war. Weil, klar, vorher, da hattest du auch ein paar Situationen, dann wurdest du da runtergezogen, weil es wieder das 2-0 war. Dann hast du dich doch nochmal rangekämpft. Dann hast du diesen Elfmeter. Dann musst du ja wirklich sagen, wir müssen uns mittlerweile freuen, dass wir ein Patrizia im Kader haben. Wie traurig ist das denn? Das ist normalerweise wirklich sowas, wo du sagst, meine Güte, hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal viel Spielzeit bekommt. Jetzt kannst du sagen, Mensch, da holt er den Elfmeter noch irgendwie raus. Aber danach passiert wieder gar nichts. Selbst dieses Feuer, was da gelegt wird und was eigentlich ja, wofür die Eintracht immer stand, für, Mensch, wir kämpfen bis zum Schluss. Hier wird Vollgas gegeben. Komm, wir glauben an uns. Ah, da holen wir eben noch einen Unentschieden raus und spielen jetzt. Und die Hertha ist noch verunsicherter, weil wir jetzt noch ein Elfmeter gemacht, ein Tor gemacht haben. Und dass das jetzt ausgeblieben ist, da muss ich wirklich sagen, das hat mich eher sehr erschreckt, weil das kenne ich so von der Eintracht in den letzten Spielen oder in den Spielen auch vorher, als es schon nicht lief, eher nicht. Da war schon, dass die Motivation über 90 Minuten da war, das Spiel zu gewinnen. Und hier muss man sagen, ich weiß nicht, woran es lag, aber gerade auch diese Situation, da war irgendwie, ja, für mich nichts mehr erkennbar, dass die Eintracht hier noch einen Punkt mitnehmen will. Und das macht mir noch mehr Sorgen, als fast der, also die erste Halbzeit macht mir sowieso, also da geht gar nichts drüber. Aber der Verlauf der zweiten Halbzeit ist doch dann sehr auch stark bedenklich, dass du denkst, Mensch, jetzt hast du vielleicht noch die Chance und kannst dich nicht mal darauf motivieren, dass du nochmal den Anschlusstreffer gemacht hast. Keine Ahnung, woran es liegt. Das ist sicherlich auch Unvermögen. Auch Glasner, wie du schon richtig gesagt hast, René hat ja selbst sich auch an die eigene Nase gefasst, hat gesagt, das System passt nicht. Da muss ich dir allerdings wirklich sagen, was heißt denn das jetzt? Was spielen wir denn hier für ein System? Er hat ja umgestellt, glaube ich, war es in der Halbzeit, als er auf Viererkette dann umgestellt hat. Da muss man natürlich sagen, er probiert hier ja die Sachen. Jetzt muss man aber auch sagen, gegen die Hertha musst du hier rumprobieren und es funktioniert nicht und Dings, was ist denn da los? Ja, nicht nur gegen die Hertha. Im Prinzip müssen wir jetzt sagen, wir haben jetzt den achten Spieltag durch. Natürlich, wir wissen immer noch nicht, in welchem System wir spielen wollen. Die Kollegen hier von Fußball 2000, ich glaube, hier Saschan, Kollege Reich hat das formuliert, er weiß immer noch nicht oder wir wissen immer noch nicht, welche Art von Fußball diese Mannschaft spielen will. Ja, das passt ja. Der Trainer sagt, es ist vollkommen egal, in welchem System wir spielen. Ich bin der Meinung, nee, es ist nicht vollkommen egal, weil diese Mannschaft, die sowieso schon verunsichert ist, nochmal zusätzlich davon verunsichert wird, dass wir immer noch in so einem Probierstadium sind. Ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass das so eine Übergangssaison ist, aber da sind halt einfach Fehler gemacht worden von Kaderzusammenstellungen, von wir wissen nicht, welches System, sodass wir am achten Spieltag immer noch da sitzen und irgendwie anfangen müssen, im Vorfeld vom Spiel gefühlt Karten zu legen, um zu wissen, in welchem System wir spielen. Das kann es doch nicht sein. Also das hilft doch auch nicht, der Mannschaft da irgendwie Sicherheit zu bringen. Patrizia, siehst du doch genauso, oder? Also man muss ja wirklich sagen, hier siehst du nicht, ist das auf defensiv eingestellt oder wollen wir hier durch starkes Pressing anlaufen? Da sind ja diese Sachen eigentlich, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt hier die Linie von Klasner. Klasner lässt ab, der Stürmer muss schon anlaufen und das ist unser erster Abwehrspieler. Abwehrspieler. Sehe ich so nicht. Ich sehe genauso wenig, dass wir sagen, wir wollen aus einer stabilen Defensive kommen, alle nach hinten und dann versuchst du irgendwie einen guten Spielaufbau. Sehe ich auch so nicht, sondern das ist, wie ihr gesagt habt, für mich momentan immer noch über die Außen oder sehe ich das momentan auch noch zu kritisch? Patrizia, wie ist denn da dein Standpunkt zu? Ich glaube, es ist so ein Zwischending. Ich verstehe schon, dass Klasner sagt, es ist jetzt erst mal egal, welches System wir spielen. Ich verstehe das so, dass man sagt, okay, es ist jetzt erst mal egal, ob du Viererkette hast oder Dreierkette hast. Es läuft so oder so nicht gut, das wissen sie. Ich sehe das auch so, dass es eigentlich erst mal eine untergeordnete Rolle spielt, welches System da jetzt wirklich gespielt wird. Mir wäre viel wichtiger, dass man, wie René schon gesagt hat, eins findet, was man vielleicht so einigermaßen beibehält. Und klar kannst du auf Spielsituationen reagieren und ein bisschen umstellen, je nachdem, also so In-Game-Coaching-mäßig. Aber dass man sagt, hey, pass auf, unser Grundsystem ist das und das und wir ziehen das jetzt erst mal durch, um Sicherheit zu gewinnen, um vielleicht auch Selbstvertrauen zu bekommen. Und dann kann man immer noch schauen, weil ich finde, man muss jetzt irgendwas finden, was so als Notnagel erst mal funktioniert, um so ein bisschen Stabilität reinzubringen. Aber ich sehe das ähnlich wie Glasner, dass man sagt, es ist jetzt erst mal, ob das jetzt die Dreierkette ist oder die Viererkette. Ehrlich gesagt ist es, glaube ich, aktuell egal. Es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, das musst du vielleicht intern auch mit der Mannschaft klären, wer spielt und wer sich in welchem System wohler fühlt und dann damit gehen und das irgendwie versuchen. Weil, weiß nicht, anfangs haben wir immer noch gesagt, ach, soll er doch mal die Dreierkette probieren oder soll er doch mal die Viererkette probieren? Vielleicht hilft das. Aber mittlerweile bin ich so weit und denke mir, es ist, glaube ich, egal. Wir haben ein, zwei Saisons eigentlich komplett mit der Dreier- beziehungsweise Fünferkette gespielt. Egal gegen welchen Gegner. Und das hat auch funktioniert. Also du musst gar nicht, ich glaube, diese Variabilität und alles, was wir uns wünschen, was sich Glasner auch wünscht, das kann noch kommen, nach und nach. Aber fürs Erste muss vielleicht erst mal ein System drauf, was funktioniert, was so auch das Grundsystem, ist und vielleicht kannst du hin und wieder mal jemanden überraschen mit einer Umstellung. Aber ja, ich glaube, man sollte sich jetzt irgendwie was suchen, mit dem man erst mal hier diese Wackeligkeit abfängt, die aktuell herrscht. Weil das ist irgendwie, ich glaube, alle sind verwirrt und wissen nicht genau, was das sein soll. Die Spieler wissen es nicht. Der Trainer weiß irgendwie nicht so genau, was soll er jetzt tun, um das abzufangen, diese Unsicherheit zu bekämpfen. Und ich glaube, es wird halt einfach helfen, da so ein bisschen eine Grundordnung reinzubringen. Plus, was einfach wichtig ist, was man ja nicht erzwingen kann, was ja wahrscheinlich versucht wird. Ich glaube, es würde einfach helfen, wenn man mehr Tore schießt, wenn man es irgendwie schafft, die Stürmer zu aktivieren oder überhaupt die Stürmer erst mal ins Spiel zu bringen. Ich will nicht alles auf die Stürmer abladen. Ich finde, die werden auch, die sind nicht gut ins Spiel eingebunden. Da kann man nicht sagen, hey, keine Ahnung, Lammers ist komplett kacke und alle anderen machen es aber gut. Nein, so ist es nicht. Aber irgendwie einfach mal, das gibt ja auch Selbstvertrauen und das entlastet die Abwehr. Und ich glaube, damit wäre schon viel gewonnen, wenn man einfach irgendwie es hinbekommen würde, ein, zwei Spiele am Stück eine relativ stabile Offensive und eine kreative Offensive aufzubieten, um sich da so ein bisschen hochzuziehen dran. Und ich glaube, dann läuft das auch besser. Also dann kannst du immer noch ein, zwei Tore kassieren, aber wenn du zwei, drei schießt, dann ist das ja was anderes. Also das Spiel geht anders aus und du fühlst dich anders und dann nach und nach kannst du halt neue Dinge implementieren und an kleinen Mechanismen arbeiten. Aber ich glaube, da müssen erst mal die Basics jetzt drauf, dass es einigermaßen stabil verläuft, weil aktuell ist das so ein Hin und Her, was, glaube ich, keinem gut tut. Ja, aber dann frage ich mich auch, warum sind diese Basics denn nicht da? Also wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass das jetzt alles irgendwelche Menschen sind, die jetzt aus der Jugend hochkommen und ihre erste Fußball-Profisaison spielen. Da sind zwar einige dabei, die jetzt ihre erste Saison in der Bundesliga spielen, aber so grundlegend Fußball und Pressing und Gegner anlaufen und Schießen und so weiter, das haben die doch alle schon mal irgendwie gehört, gesehen, gemacht. Also warum funktioniert das denn nicht? Und du hast vollkommen recht, Lammers da jetzt hinzunehmen, als den alleinigen Sündenbock funktioniert nicht. Die ganze Offensive ist einfach nicht existent. Ja. Und Boree ist irgendwie noch derjenige, der am meisten irgendwie bringt, der aber auch sagt von wegen, ich brauche einen Stürmer neben mir und wenn er spielt, dann spielt er meistens entweder alleine oder er spielt irgendwie außen. Ein Lindström ist einfach körperlich noch nicht so weit. Ein Hauge hat sich auch noch nicht gefunden und dann ist die Logik wieder, wir werfen den Ball zu Kostic und der läuft sich da vorne dann halt wund und hat dann irgendwann nach 30 Minuten auch keinen Bock mehr, dass er derjenige ist, der ständig auf die Knochen kriegt, was ich vollkommen verstehen kann. Ich fand aber, man hat krass gesehen, wie wichtig Kamada ist. Also auch wenn da, wenn viele Kamada jetzt, ich weiß nicht, ob es mittlerweile sich gelegt hat oder nicht, aber viele waren ja gegen ihn oder haben einfach, ich verstehe es, wenn man nicht gefallen findet an seiner Spielweise, aber ich finde, man hat sofort gesehen, als er eingewechselt wurde, zumindest bis 2-0, danach ist ja die Eintracht auseinandergefallen, aber sagen wir mal bis zum 2-0, was er für einen Einfluss hatte. Also auf einmal wurde es schon ein bisschen mutiger an der Offensive, plus ich finde auch Hauge hat sich dadurch mehr eingebracht. Also ich glaube, das hat ihm geholfen, dass Kamada dabei ist. Ja, aber das verstehe ich dann auch nicht. Was war der Grund? Also ich war ja auch in der Vergangenheit immer einer, der gerne auf Kamada geschimpft hat. Das mache ich auch heute gerne noch, wenn er versucht, einen Torschuss zu produzieren. Klar. Aber unbenommen ist, dass er derjenige ist, der in der letzten Saison 15 Vorlagen, also hier Scorer-Punkte mit Vorlagen gebracht hat und dann sitzt er die erste Halbzeit auf der Bank gegen eine Mannschaft, die die meisten Tore bislang in dieser Saison kassiert hat. Was war der Grund dafür? Ich habe mich auch gefragt, ich weiß auch nicht. Ich hatte zuerst gedacht, vielleicht mit den Länderspielen, dass das zusammenhing. Der war gar nicht so spät, wie der war. Aber er war halt nicht wie, es war nicht wie bei Boree. Also es war nicht, dass er gerade erst zurückkam. Er hat, glaube ich, auch das letzte Länderspiel gehabt, als die europäischen Teams auch das letzte Länderspiel hatten. Aber klar, es ist immer noch eine Strapaze mit der Reise, aber es ist noch was anderes als bei Boree. Deswegen wollte ich es erst darauf schieben, aber war mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich der Grund ist. Strapaze in der Reise, wo die irgendwo in der ersten Klasse in einem Flieger sitzen. Also ja, das ist mit Sicherheit was anderes als irgendwie Physiotraining oder sonst irgendwas zu machen, aber es ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht so dieses Maß Anstrengung, was man da vielleicht sonst irgendwie erwarten würde. Also ich finde schon, dass man den dann auch gerade von Anfang an hätte spielen lassen können und dann halt einfach sagen, wenn du nach 60 Minuten nicht mehr kannst, dann nehmen wir dich halt raus. aber andersrum. Vielleicht meinte er ja, also ich habe die PK danach nicht gehört, aber vielleicht meinte Glasner ja auch das, dass das so ein bisschen auf seine Kappe geht. Also vielleicht hat er auch gemerkt, die Aufstellung war es vielleicht nicht, das System war es vielleicht nicht, aber vielleicht auch nicht das Personal. Die Wechsel waren es vielleicht nicht. Wenn du sagst, ich lasse Kamada draußen, eventuell ist ihm dann auch ein Licht aufgegangen, dass das wahrscheinlich nicht der cleverste Zug war letztendlich. Ja, aber weil du sagst, die Wechsel waren nicht, ich muss ja wirklich sagen, das hat aber auch Patrizia schon angemerkt, mit den Wechseln wurde es ja eigentlich wirklich enorm besser in der zweiten Halbzeit. Also Kamada hat das Spiel unglaublich belebt, auch ein Boré war deutlich stärker, also in meinen Augen zumindest, als ein Lammers vorne. Vielleicht ist das auch ein bisschen subjektiv, aber Lammers hat mir zum Beispiel da gar nicht gefallen. Gut, ich kann verstehen, ihr habt es ja schon angesprochen, Boré, der dann erst irgendwann nachts ankommt und muss ja auch nicht von Anfang an spielen. Es ist aber trotzdem schade, dass diese Mannschaft und ich finde den Begriff das Spielsystem, wenn man das auf dieses Dreierkette, Viererkette herunterbricht, ein bisschen zu kurz, weil es eigentlich hier nicht nur um diese Dreier-Viererkette-Thematik geht, sondern vielmehr auch um wie offensiv oder defensiv komme ich aus einer starken Offensive, laufe ich im Endeffekt wirklich ab dem Stürmer schon an und gehe damit, ja, riskiere, dass Lücken gerissen werden, dass Freiräume sind und der Gegner ein bisschen hinter mir auch rumspielen kann. Aber auf der anderen Seite, so ist die Eintracht eigentlich immer stark gewesen. Ich erinnere mich noch an Saisons oder Spiele, wo die Eintracht einfach ein unglaublicher Terrier war, spieltechnisch auch noch nicht so viel draufging, dass die Systeme, die Automatismen teilweise nicht geklappt haben, aber allein durch das Anlaufen eine Situation geschaffen wurde, die dann entsprechend gefährlich war und das fehlt mir hier momentan wieder komplett, dieses kollektive, ich will unbedingt, ich laufe mir die Lunge raus und erzwinge einfach den nächsten Ball. Ihr habt völlig recht. Dann hast du noch diese Probleme, dass hinten die Bälle gefühlt dann sinnlos durch Einzelaktionen zu Gegentoren führen. Jetzt muss man sagen, die Eintracht hat gerade noch mal geguckt, hat jetzt erst zwölf Tore gefangen. Das ist noch irgendwie okay, kam mir irgendwie mehr vor. Man muss aber auch sagen, wenn wir ein bisschen stabiler gestanden hätten teilweise, das sind halt so Situationen, wenn du dir dann Freiburg vorne anguckst, die einfach nur mit auch super wenig Toren, zwölf Tore gemacht und auf der anderen Seite dann nur sechs Gegentore, dann stehst du halt dann ganz auch vorne drin. Du musst dich eigentlich hier entscheiden, willst du eventuell auch noch mal ein bisschen mehr die Defensive steigern, verlierst dadurch natürlich noch mehr Qualität vielleicht nach vorne oder sagst du, wir wollen eher ein bisschen das Spiel nach vorne verlagern, früher anlaufen, mehr Action machen nach vorne, würde mir persönlich besser gefallen, entlastet auch vielleicht die Abwehr hinten nochmal und dann verzeihst du doch auch so Fehler. Mir geht das nur auf die Nerven, wie jetzt am letzten Spieltag, wo du dann siehst, oh nee, jetzt flankt der aus dem Halbfeld und der Ball fällt da zwischen die Nasen und wird noch reingeschoben. Da kotze ich ja fast. Das sind so Sachen, wenn das aus dem Spiel heraus passiert, dass die sich die Lunge vorne rausgerannt haben und verlieren dann im Aufbau vielleicht leider einen Ball und dann ist ein schneller Konter, da sagt doch keiner was dagegen. Aber wenn du... Dennis? Das ist natürlich schon so eine Statistik, das nervt. Das nervt. Das nervt natürlich. Gerade kurz die letzten Sekunden nicht zu hören, warum auch immer. Okay, also mich nervt das, dass wir natürlich hier in der Offensive nicht die Bälle machen. Ich muss aber wirklich sagen, es liegt ja auch teilweise dran, dass das System das dann auch nicht erzwingt, nochmal den zweiten Ball, nochmal dieses Anlaufen und wenn dann der Ball verloren geht und ein Lammers hat abgezogen oder in dem Spiel war es jetzt teilweise Jan Jakic hat abgezogen, dann kommt vielleicht mal ein Abpraller, da wird zu wenig hinterhergegangen oder zu wenig Druck nochmal auf die Spieler gemacht. Die können dann rausspielen. Die Hertha hat das jetzt nicht super ausgenutzt, aber es kommen auch wieder Gegner, die uns dann in Grund und Boden spielen und das muss einfach meiner Meinung nach noch viel mehr Bissigkeit vorne sein. Ja, das zum einen, aber halt auch nach wie vor, das zieht sich ja jetzt auch wie so ein roter Faden durch die verschiedensten Spiele, diese unnötigen Ballverluste in der Vorwärtsbewegung. Da hast du den Ball irgendwo erpresst und dann gehst du in die Kontersituation, was ja schon einfach an sich ein Armutszeugnis schlechthin ist, dass du gegen eine Mannschaft für die Hertha zu Hause auf Konter setzen musst. Aber anyway, dann hast du den Ball und versuchst mit einem schnellen Konter und dann schaffst du es irgendwie über zwei Stationen und dann gehst du wieder in so ein unnötiges Dribbling und verlierst den Ball und siehst einfach, dass die komplette Mannschaft in der Vorwärtsbewegung ist und sich damit unendlich Räume ergeben. Das war gegen Hertha so, das war gegen Bayern des Öfteren so, wo wir einfach Glück hatten, dass Trap da hinten mega gut war und die vielleicht auch einen schlechten Tag hatten. Aber das habe ich jetzt an so vielen Stellen schon gesehen und ich bin der Meinung, dass das etwas ist, was man durchaus abstellen kann. Also das musst du doch als Spieler und auch als Trainer erkennen und sagen so, okay, lass uns da mal was anderes machen. Ja, das Problem ist auch, was mich auch stört, wenn das dann mal nicht passiert, also wenn man mal auf mystische Weise nicht den Ball verliert, dann geht das aber viel zu langsam. Ja, aber dann irritiert es, dass man den Ball nicht verloren hat. Man ist halt, ja, ich habe das Gefühl, die wissen dann nicht so wirklich, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt selbst laufen? Soll ich jetzt jemanden anspielen? Also irgendwie, man merkt, die Mannschaft hat sich auch noch gar nicht gefunden. Liegt vielleicht auch daran, dass das Personal ständig wechselt. Ich weiß es nicht. Aber das dauert zu lange. Bis dahin ist immer die gegnerische Mannschaft hinten schon wieder sortiert beziehungsweise einer bremst ab und macht das Spiel wieder langsam. Das muss halt, wenn du in so eine Situation kommst, zack, 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 ein, zwei Pässe oder halt ein langer Solo-Lauf. Aber irgendwie, das muss halt schnell Richtung gegnerisches Tor gehen und das dauert viel zu lange und natürlich passiert dann nichts mehr. Da ist der Überraschungsmoment weg. Die Mannschaft hat die Gefahr erkannt, die gegnerische, die überlegen sich was und dann bist du halt wieder harmlos und wenn du den Ball nicht verlierst, dann stehst du trotzdem wieder vor einer geordneten Abwehr und weißt halt nicht, was damit anzufangen. Und dann hast du halt nichts aus dieser Situation gemacht und das stört mich halt, weil in die Situationen kommt man schon meistens mal rein. Also es ist ja nicht so, dass diese Situationen sich nicht ergeben. Die werden halt nur überhaupt gar nicht ausgenutzt und das ist halt irgendwie ärgerlich. Zusätzlich zu den Ballverlusten in der eigenen Hälfte, das finde ich auch ganz schlimm. Also es sind immer so richtig Unnötige, der Gegner macht ja nicht mal Druck. Es ist ja nicht mal, dass du krass angelaufen wirst und trotzdem spielst du sonst wohin dein Pass. Also irgendwie diese Pässe kommen nicht an und ich frage mich immer, wie kann das denn sein? Also da verstehe ich, da finde ich halt keinen Grund, da bin ich ratlos. Ich bin komplett überfragt, warum das passiert. Und was du gerade eben angesprochen hast, mit von wegen, dann kommt der Ball mal durch und dann muss man sich irgendwie, muss man überlegen, was mache ich jetzt? Das liegt aber auch zum Gewissen, gerade dazu, das hatten wir ja auch gegen Hertha zwei, drei Mal, dass dann da vorne halt keiner ist, weil der Stürmer gefühlt hinter den Zähnern agiert und da irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt und dann hast du da vorne halt keine Anspielstation. Ich meine, gegen Hertha hatten wir das zweimal, dass dann ein Lindström durchkam und so halbrechts da unterwegs war und halt keinen hatte, auf den er da mal spielen konnte, weil da war halt keiner. Also ich meine, warum? Klar, dass der Stürmer mit nach hinten arbeiten muss, aber er muss sich doch trotzdem dann auch tendenziell mehr in die Richtung der Offensive orientieren, um eben für solche Situationen dann da zu sein. Und das verstehe ich halt auch nicht. Hast du recht. Problem finde ich auch, dass so ein Anspiel, wie sagt man so schön, ein Spieler, eine Stelle, die du wirklich als Verteiler anspielen kannst, fällt für mich Lammers leider auch häufig weg, weil er den Ball nicht schnell genug kontrolliert oder dann auch manchmal den Ball annimmt und man denkt, meine Güte, so weit kann ich ja kaum schießen, so weit rutscht dir der Ball dann wieder vom Schuh, dass der dann leicht zu verteidigen ist. Das nervt mich auch ein bisschen. Das ist so dieses, wo ich gehofft habe, oh, das wäre doch jetzt was, wenn so ein Spieler jetzt mal mit Präsenz da ist, der mal wieder den Ball verteilen kann. Das ist leider, ja aktuell zumindest, Lammers auf jeden Fall in meinen Augen überhaupt nicht und du hast es schon richtig angesprochen, an Lindström etc., da ist es einfach auch teilweise ein bisschen zu naiv, was da betrieben wird. Das ist einfach, da sind sie vielleicht auch noch nicht weit genug. Holge, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, auch der hat seine Schwächen, der zeigt auch immer mal, was er kann, aber dieses, auch dieses Anlaufen, Festlaufen, was wir bei Jakic die letzten Wochen auch immer mal kritisiert haben, da sind alles, das fügt sich alles zu einem Bild, wo man einfach sagen muss, es ist im Großen und Ganzen einfach großer Mist, der eigentlich in den individuellen Stellen sehr einfach abzustellen wäre, wenn du sagst, du machst jetzt das nicht mehr, du machst jetzt das, aber das ist im Kollektiv sowas von unglaublich viel in so einem ganzen Spiel und der eine macht es dann mal richtig und im nächsten Schritt macht es der dann wieder falsch. Es läuft noch nicht viel zusammen. Ich muss aber sagen, prinzipiell, es ist ja zum Glück Qualität immer mal erkennbar. Wenn jetzt überhaupt keine Qualität erkennbar, wäre ich noch aufgeregter und würde mich noch mehr aufregen über sonst wen. So ist es so, ich kann es mir nicht erklären, warum solche dämlichen Fehler passieren. Auch dieser Hasebe-Pasta, weiß ich genau, Hasebe ist normalerweise, der hat einen super Spielüberblick, was spielt er den Soda von der Grundlinie an. Das ist so eine Nervosität, die da reingekommen ist, die einfach abgestellt werden muss und deshalb auch nochmal dieser Tenor, den ich vorhin schon mal versucht habe darzustellen oder auszubreiten. Wir müssen mal gucken, ob wir nicht versuchen, eine stabilere Defensive, aus der dann vielleicht auch mit einem schnelleren Umschaltspiel nach vorne was gehen kann oder im Endeffekt wirklich zu sagen, okay, wir laufen noch mehr früher an, um hinten alles zu, ja, dann ist es eigentlich egal, was hinten passiert. Hier vorne gewinnen wir unsere Bälle, machen mehr Tore als der Gegner und es ist okay. Das sind so Situationen, ich finde, da haben wir uns noch für nichts entschieden und das ist auch was, wo ich sage, da ist Glasner gefragt, hier zu sagen, wir spielen so, wir spielen so, am Ende geht es dann auf seine Kappe, aber ich will zumindest eine Entwicklung sehen, dass wir in jedem Spiel erstens 100 Prozent geben, im Idealfall 110, aber auch ein klares System, was wollen wir denn hier jetzt eigentlich machen? Wollen wir hier den Ball, auf jeden Fall bei jedem Ball sofort wieder dran sein, jeden Ball gewinnen, jeden Ball nach vorne spielen oder wollen wir eine Defensive haben und sind mit einem 1-0 am Ende zufrieden, weil wir dann gewonnen haben? Ich finde, das sehen wir momentan nicht. Wir müssen aber auch ein bisschen aufpassen, klar ist Lammers derjenige, der jetzt da ganz viele Brügel einstecken muss, weil er meistens der Stürmer ist, der von Anfang an spielt, aber wir müssen halt auch bedenken, der hatte unwahrscheinlich lange keine Spielpraxis und ich finde, man tut ihm damit auch nicht helfen, blöder Satz, man hilft ihm damit nicht, dass man ihn halt auch Woche für Woche dort einsetzt, ja, dann kann vielleicht ein Buree nicht spielen, aber dann haben wir halt auch immer noch ein Ache und ein Pacienza, dann stell doch halt wenigstens einen nebendran oder lass ihn dann einfach auch mal für ein Spiel raus, weil es hilft ihm ja nichts, dass er dann wieder in diese Situation gerät, wo er dann den Ball vielleicht unglücklich verstolpert, wo er den Torabschluss nicht machen kann oder einfach unglücklich den Ball verpasst und dann Woche für Woche wieder Brügel einstecken muss. Patrizia, woran meinst du, liegt das? Patrizia. Das Ding ist halt, er braucht Spielpraxis, aber irgendwie tut ihm die nicht so gut, hat man das Gefühl, weil das ja ihm, also wenn halt alles schief läuft, bist du in so einer Abwärtsspirale und ich weiß nicht, ob du da nicht so ein bisschen das Vertrauen in dich selbst auch verlierst und keine Ahnung, ich finde, man sieht die Ansätze, ich finde auch, man sieht manchmal, was er könnte, der steht ja manchmal sogar richtig und der Abschluss ist dann aber scheiße oder er, keine Ahnung, man sieht, er könnte, er hat im Kopf, was er machen will, technisch, kriegt es aber irgendwie wahrscheinlich Mangels Spielpraxis nicht auf den Platz gebracht und deswegen glaube ich schon, dass er diese Anlagen hat, nur, ja, muss man die irgendwie wieder, ja, in so eine Routine bringen und ich glaube, es hilft aber halt auch nicht, wenn er, erstens hat er jetzt halt diesen Druck auf seinen Schultern, dass es ja irgendwie an ihm hängt, er muss jetzt die Tore machen, weil es ja sonst keiner macht, wer soll es denn machen und er muss die machen, aber er ist irgendwie nicht so gut ins Spiel eingebunden, hat sich selbst auch noch nicht so gut eingefunden und ihm fehlt die Spielpraxis, was halt irgendwie, ja, sich zeigt und alles noch nicht so funktioniert, wie er es wahrscheinlich selbst auch will, also ich bin mir sicher, er möchte das oft anders machen auf dem Platz, das funktioniert aber nicht so gut und irgendwie hilft es nicht und deswegen glaube ich auch, gefällt uns, also zumindest mir, Pacencia aktuell besser, einfach weil er mit einem größeren Selbstvertrauen gerade reinkommt, also ich glaube, der hat es gemerkt und irgendwie hat er so einen Push bekommen, der war ja auch ganz am Boden nach Schalke, also klar, da konnte es nur noch bergauf gehen und ich glaube, es geht langsam bergauf bei ihm und er merkt es und ich glaube, er zieht sich daran so ein bisschen hoch und du merkst, er kommt auf den Platz und auch wenn nicht alles gelingt, ist er aber trotzdem so energetisch und das ist halt so ein Typ, der, man sieht das in jedem seiner Jubel, also dem bedeutet es schon sehr, sehr viel, wenn er dann irgendwie was auf die Reihe bekommt, weil halt auch kaum jemand anders da vorne was auf die Reihe bekommt und deswegen, glaube ich, gefällt mir Pacencia einfach besser, weil der, glaube ich, im Kopf, also mental ist der an einem anderen Punkt als Lammers gerade, Lammers kommt als neuer Stürmer hierher, große Erwartungen, die er noch nicht erfüllen kann, obwohl er will und irgendwie hat man dann ja auch so ein bisschen Selbstzweifel oder hat auch Angst, dass der Trainer vielleicht in einem nicht mehr das sieht, was man eigentlich leisten kann und auch, dass man in dem Verein nicht gut ankommt, dass die Fans auf einen schimpfen, so ich glaube, das spielt alles eine Rolle und bei Pacencia ist es so, er war weg und er ist halt irgendwie, er nutzt, er will halt jede Chance nutzen, um sich irgendwo wieder ranzubeißen und ich glaube, es ist ein anderes Mindset und deswegen gefällt mir aber sein Auftritt gerade besser, einfach weil das nicht so unglücklich wirkt und bei Lammers tut mir das schon fast leid, so weil ich würde mir ja wünschen, ich glaube, es wird allen einfach helfen, wenn es läuft, aber aktuell geht das so nicht und ich weiß halt nicht, wie man ihn da wieder in die Spur lenken kann, weil ich glaube an sich nicht, dass das irgendwie ein Graupenfußballer ist, ich glaube, man merkt halt, dass er ein Jahr lang oder so nicht gespielt hat und irgendwie muss man ihn da wieder in die Spur bringen. Die Verunsicherung, ja, bin ich bei dir. Aber könnte es helfen, und das sehen wir ja auch, wenn ein Philipp Kostic wirklich gut performt, setzt er doch eigentlich jeden Stürmer vorne in Szene und da kannst du, selbst wenn es ein Graupenfußballer wäre, ist das, glaube ich, auch ein Punkt, den man einfach hat, einen Pluspunkt, einen Kostic, sie lässt jeden vorne gut aussehen und dann geht auch was. Oder ein Kamada, du hast, René vorhin, glaube ich, gesagt, mit den Vorlagen, mit den entsprechenden Assists und so weiter, musst natürlich auch, wenn du so jemanden hast, der vielleicht etwas verunsichert ist, musst du ihm natürlich auch Leute beistellen, die ihn vielleicht dann auch gut aussehen lassen können. Im Moment ist das so, ein bisschen, er soll sich selbst am besten noch die Bälle holen oder zumindest versucht er das ja auch teilweise. Das gelingt dann nicht, die Unsicherung wird immer stärker. Das ist so ein Teufelskreis und müssen wir auch alle sagen, um dann auch mal das Hertha-Spiel abzuschließen an der Stelle, auch ein Philipp Kostic, der sonst immer super performt hat, hatte auch da keinen guten Tag und Rucki Zucki geht dann noch viel weniger. Da siehst du einfach, wie abhängig du auch von diesem Spielertyp bist. Und wie dankbar wir sein müssen, dass er noch da ist. Weil du es halt auch so gemacht hast. Also man hätte ja die Chance gehabt, wenn man im Transfersommer vielleicht ein bisschen früher und vielleicht ein bisschen anders da agiert hätte oder hätte agieren können. Da wissen wir auch nach wie vor ja immer noch nicht, was aus dieser Junis-Geschichte da ist und ob das nicht vielleicht auch irgendwie das eine oder andere ein bisschen gebremst hat. Ja, aber da hätte man ja reagiert, und jetzt wieder zu sagen, unsere Lösung ist Kostic und wenn der halt einen schlechten Tag hat, was ja vollkommen okay ist. Man kann ja jetzt auch nicht immer nur einen super tollen Tag haben und es kann immer alles gelingen, sondern man muss ja immer davon ausgehen, dass dann derjenige auch mal einen schlechten Tag hat und dass man vielleicht nicht alles agiert. Aber dass das System nach wie vor einzig und allein davon abhängig ist, dass ein Kostic 120 Prozent performt, das kann es halt auch nicht sein. Ja, bin ich voll bei dir. Das Problem ist nur, wenn das auch noch nicht da ist und die Verunsicherung so oder so schon von da ist, wo soll es herkommen? Das zieht sich dann immer mehr durch. Du brauchst jetzt einfach Erfolgserlebnisse. Du müsstest jetzt, wenn wir dann auch zum Bochum-Spiel kommen, dann bald, das ist was, da musst du jetzt performen. Stell dir vor, wenn da jetzt nichts geht und wir da im Endeffekt straucheln, dann ist hier aber richtig Rambazamba. Das geht einfach nicht. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Aber da musst du jetzt einfach so eine Welle mitnehmen. Es muss jetzt mal was Souveränes her. Es müssen mal alle performen. Und das meine ich nur, dann kann auch schnell so ein Knoten platzen. Ein Kostic performt mal gut auf der Seite. Du hast so einen Spieler, in Anführungszeichen, nur Bochum, wo du vielleicht auch mal so die individuellen Stärken dann vorne ausspielen kannst. Dann bringst du so jemanden wie Lammers und Co. mal gut in Position und dann hoffentlich gewinnst du dann so ein Spiel. Auch souverän am Ende mit vielleicht ein paar mehr Toren. Und Ruggi-Zuggi haben die ein bisschen Selbstbewusstsein getankt. Dann läuft es vielleicht auch ein bisschen besser. Ich habe mir das gehofft, dass das jetzt schon nach den zwei Siegen, Patrizia, du hast es gerade schon vorher gesagt gehabt, jeder ist so mit dieser, ach, naja, jetzt haben wir doch in der Euroleague mal gewonnen und gegen die Bayern, Mann, Mann, Mann. Das läuft ja doch wieder alles besser als gedacht. Ja, ist jetzt irgendwie schon wieder ein Cut da. Der Abwärtstrend ist wieder, oh Gott, oh Gott, alle haben Angst. Die Hertha, jetzt haben wir sogar gegen die Hertha verloren. Abstiegsgespenst geht schon hier teilweise bei den Leuten um, was ja totaler Quatsch. Es ist noch nichts verloren und es ist noch nichts wahnsinnig. Aber trotzdem musst du einfach jetzt gucken, dass du wieder auf die Spur kommst. Und dann ist doch so ein Spiel, idealerweise schon am Donnerstag, wo du schon gute Weichen stellst. Aber du brauchst einfach diese Erfolgserlebnisse, das braucht die Mannschaft. Und da musst du einfach gucken, über welches System kriegst du das hin. Und da ist nicht unbedingt die Frage 3er, 4er Kette, sondern stabil, mit guter Power. Und wenn es auch anstrengend ist, es ist ja auch mit diesem Haushalten, oh, du kannst doch nicht hier 90 Minuten anrennen und dann hast du das Spiel am Sonntag wieder, wo wieder 90 Minuten Vollpressing gespielt werden muss. Doch, das brauchen wir vielleicht jetzt mal. Das ist zwar für die Leistungs- und Belastungssteuerung nicht unbedingt so sinnvoll, aber es muss jetzt mal was Alternatives passieren. Ich will nicht wieder so einen Dümpelkick und wir können ja nicht 110 Prozent geben, weil wir haben ja ein Spiel noch am Sonntag, sondern hier muss mal jeder jetzt an seine Leistungsgrenze gehen und mal vielleicht und hoffentlich diesen elenden Knoten durchbrechen. Denn das ist doch so. Oder seht ihr das anders? Es ist doch einfach eine Verunsicherung da, die einfach ganz schnell gelöst werden kann, indem hier Euphorie reinkommt. Und Patrizia, du hast es auch wunderbar gesagt, ein Paciencia, der gefällt mir auch so gut, weil er im Endeffekt eine gute Stimmung mitbringt. Der ist, der freut sich, der geht hin, der sagt, hey, ich will, ich habe diese, ich bin überzeugt davon, dass ich den Elfmeter reinmache. Der hat ja jetzt jeden Elfmeter, der schnappt sich die Elfmeter und will die draufschießen. Ob die dann gut geschossen sind oder nicht, das war ja auch eine knappe Kiste am Wochenende. Das kommt da ganz am Ende gar nicht drauf an. Er hat zumindest das Selbstvertrauen, das Ding halt einfach halb hoch in die Mitte zu schießen. Also da musst du schon ein gewisses Maß an Selbstvertrauen haben, zu sagen, komm, das haut hin. Da muss man schon, genau, aber das fehlt mir eigentlich. Oder siehst du das anders, Patrizia? Nee, ich finde auch, ich glaube, es ist auch viel wirklich so eine, ja, Verunsicherung da einfach in der Mannschaft. Das manifestiert sich ja dann auch so. Das setzt sich alles fest, je schlechter es läuft. Und ich hatte auch gehofft, dieser Knoten ist, so ein bisschen geplatzt durch die zwei Siege, auch wenn natürlich nicht alles geglänzt hat und alles super war. Also natürlich hatte man immer noch die Probleme, die behoben werden müssen, weiterhin. Aber das kommt halt alles Schritt für Schritt. Man kann ja nicht erwarten, dass von einer Woche auf die andere auf einmal alles funktioniert und alles perfekt ist. Aber wenn die Ergebnisse dann trotzdem stimmen, das kann ja funktionieren. Du musst ja nicht immer die bessere Mannschaft sein. Du musst auch nicht immer perfekten Fußball spielen. Du kannst trotzdem gewinnen. das funktioniert ja. Und ich hatte gehofft, dass das Bayern-Spiel das vielleicht irgendwie so der Eintracht gezeigt hat. Also die Statistiken haben ja komplett für Bayern gesprochen, aber trotzdem hast du gewonnen. Und das sollte dir ja zeigen, hey, selbst wenn alles noch nicht perfekt ist bei uns, können wir Punkte holen, selbst gegen große Vereine. Warum nicht auch gegen die Kleinen? Und ich hatte gehofft, aber scheinbar ist das noch nicht so. Natürlich gibt es Rückschläge und das ist jetzt so einer bei Hertha. Ich finde es aber auch verfrüht da jetzt wieder. Klar, man darf es nicht verharmlosen und man soll ja auch ansprechen, was gerade nicht gut läuft. Aber ich finde es jetzt auch schon wieder ein bisschen übertrieben, schon wieder von Abstieg zu reden und alles schwarz zu malen und der Trainer muss weg. Ja, fürchterlich. Ja, das wird nicht helfen. Dann kommt ein neuer Trainer, der will wieder ein anderes System und der hat irgendwie gar nicht die Spieler, die er haben möchte. Und das ist noch mehr Chaos. Und die Spieler haben dann alle wieder Angst. Keine Ahnung, wo stehe ich unter dem neuen Trainer? Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Das ist halt alles so, klar, ich verstehe es in der Emotion, man lässt sich mal hinreißen zu irgendwelchen fatalen Fantasien, aber irgendwie, ja, es ist, glaube ich, alles gar nicht so dramatisch, wie man das vielleicht sich ausmalen möchte manchmal. Es sind halt viele Dinge, die zusammenkommen, die jetzt auch nicht sofort behoben werden können, aber ich sehe trotzdem die Eintracht auch noch nicht komplett am Abgrund. Deswegen, ja, mal so dumm es klingt, mal abwarten, weil was sollen wir machen? Wir können jetzt da nicht viel machen. Und das, ja, natürlich muss was passieren, aber aktuell kann man halt nicht viel machen. Die Transferphase kommt. Vielleicht wird da hoffentlich irgendwie noch mal die ein oder andere Stellschraube angepackt. Aber bis dahin muss man sich jetzt halt gedulden und schauen, dass man die Mannschaft irgendwie stabilisiert bekommt. Und das ist nicht einfach, vor allem nicht, wenn jetzt noch die ganze Zeit irgendwelche Europa-League-Spiele dazwischen sind. Das klingt jetzt irgendwie verwöhnt und so abgehoben. Abgehoben und, ah ja, nee, jetzt ist auch noch dieses Europa. Aber jetzt mal so vom Ding her, hilft es nicht besonders, wenn man eigentlich nur regeneriert. Also man muss halt schauen, dass die Spieler fit sind die ganze Zeit. Man muss halt irgendwie die auf den Punkt fit kriegen zum Spiel, aber wirklich Zeit, um da irgendwie an Systemen zu arbeiten, an irgendwelchen, ja, Dinge einzustudieren, das ist aktuell, glaube ich, einfach nicht im Zeitplan drin so wirklich. Also zumindest nicht so, wie es sein müsste. Was Klaasner ja auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, du hast Samstag das Spiel gehabt, dann machst du Sonntag nochmal ein bisschen Auslaufen, ein bisschen Konditionsding. Dann hast du Montag frei, um die Belastungssteuerung auch zu haben, weil halt ja auch ganz viele der Spieler ja auch aus Nationalmannschaftseinsätzen, kamen und dann bist du quasi schon direkt in der Vorbereitung für das Spiel am Donnerstag. Also du hast da nichts, wo du wirklich taktisch mal irgendwie Grund reinbringen kannst, sondern du kannst halt wirklich nur taktisch gucken, okay, wie müssen wir uns auf diesen Gegner einstellen? Aber mal richtig Zeit zum Trainieren hast du halt derzeit nicht. Ja eben, du kannst halt nicht tiefer rein. Du kannst taktisch nicht gut arbeiten, du kannst keine spielerischen Elemente da irgendwie implementieren. Du hast es halt irgendwie schwierig. Und das wäre aber aktuell nötig gefühlt, ist aber gerade nicht möglich. Und dann liest man halt Sachen wie, ach, jetzt haben die schon wieder frei, womit haben die das verdient? Ja, aber es hilft ja nichts. Es hilft ja nichts, die jetzt auf den Platz zu schleppen und dann kriegen die den Kopf nicht frei und sind körperlich auch noch müde und überfordert. Ja, es hat ja nichts, mal mit Kopf frei zu gehen. Es bringt dir ja nichts, wenn die nachher alle irgendwelche hier Muskelwerte haben, dass du die Hälfte von denen am Donnerstag nicht einsetzen kannst, weil du dir Gefahr laufen musst, dass die nach 20 Minuten alle mit, weiß ich nicht, Muskelfaserriss und sonst irgendwas auf dem Platz liegen. Also du brauchst ja auch irgendeine Regenerationszeit. Es ist halt, du brauchst freie Tage einfach. Also egal, wer wo arbeitet, jeder braucht einen freien Tag mal in der Woche. Und wenn du halt körperlich Spitzensportler bist, brauchst du auch körperlich eine Regenerationsphase. Und das muss halt sein, so gerne vielleicht auch irgendwie der Trainer wahrscheinlich die Mannschaft auf dem Platz hätte noch einen Tag mehr. Das geht halt einfach nicht. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht bessert sich das noch oder man findet einen Weg, aber aktuell ist da halt auch zeitlich leider nicht so, ja, das funktioniert alles nicht so gut. Und klar, es ist eine Umbruchssaison und das ist nie einfach. Aber wenn man dann zusätzlich noch Europa League hat, ist das, glaube ich, macht es halt nicht leichter. Ja, kann ich voll und ganz verstehen, dass das so ist. Aber man kann sich ja auch daran hochziehen. Also vielleicht, wenn man positive Erlebnisse bei Europa League Spielen hat, egal wie körperlich anstrengend das ist, vielleicht hilft das ja ein bisschen, um das mal in irgendeine positive Richtung zu lenken. Ja, genau. Positive Richtung. Donnerstag heißt es abwarten und Uso trinken. Wir spielen zu Hause gegen den amtierenden griechischen Meister, der nur deswegen Euroleague spielt, weil der griechische Meister nicht direkt für die Champions League qualifiziert ist, sondern in der dritten Quali-Runde einsteigen muss und dagegen irgendeinen, ich weiß nicht, osteuropäischen Klub verloren hat. Das war leider auch das letzte Pflichtspiel, was sie verloren haben. Seitdem haben sie nur gewonnen. Dennis, weißt du, wie oft Olympiakos Piraeus schon griechischer Meister war? Patricia frage ich jetzt nicht, weil die mit Sicherheit den Artikel bei der hessenschau gelesen hat und deswegen das unfair wäre. Ach du je. Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Sag es mir. Sie haben vier Sterne auf ihrem Trikot. Vielleicht hilft dir das als Tipp. Das heißt 20 Mal? 46 Mal. 46 Mal. Genau, der vierte Stern kam drauf für die 40. Meisterschaft. Einfache Frage, wie oft haben sie den griechischen Pokal gewonnen? Das ist eine einfache Frage. Das ist eine einfachere Frage. Ich helfe dir 28 Mal. Oh, das war ja super einfach. Warum habe ich das nicht gleich gewonnen? Ja, das war wesentlich einfacher. Das liegt aber auch einfach daran, dass sie seit Jahren mit der größte Verein in Griechenland sind. Ja, ja, ja. Ach, bekannt, bekannt. Genau. Haben durchaus auch Spieler, die man aktuell kennen könnte. Auch den einen oder anderen aus der Bundesliga. Ein gewisser Sokrates spielt da immer noch mit 33 Jahren. Und zum Beginn der Saison hat ja Kunde den Weg dorthin angetreten von Mainz. Den kennt man vielleicht auch noch. Und ansonsten finden sich im Kader relativ viele Spieler tatsächlich aus portugiesischen Ligen, was wahrscheinlich einzig und allein daran liegt, dass der aktuelle Trainer de Mortaviera Martins Portugiese ist und seit 2018 dort als Cheftrainer, der wahrscheinlich den ein oder anderen Kontakt oder die ein oder andere Erfahrung mit Spielern aus der portugiesischen Liga genutzt haben, da Spieler hinzulosten. Also es wird, glaube ich, durchaus kein allzu einfaches Spiel werden, aber vielleicht hilft ja dann auch die Stimmung wieder. Es ist Euroleague, es ist Donnerstagabend, es ist Flutlicht. Vielleicht ein bisschen Stimmung im Stadion. Man kann mich jetzt richtig gelesen haben, sogar jetzt Karten an der Tageskasse erwerben. Vielleicht hilft das ja an der einen oder anderen Stelle. Wie sehr freut ihr euch tatsächlich nach diesem Hertha-Spiel jetzt auf diesen Euroleague-Abend? Dennis, fang du doch mal an. Oh, wie sehr ich mich freue. Ich muss tatsächlich sagen, es ist gut, dass jetzt das erste Spiel nach dem ganzen Mist vom Wochenende... Nein, also es kann eigentlich nur besser werden als die erste Halbzeit. Das erwarte ich. Es wird aber natürlich super schwer. Du hast schon angesprochen, auch gegen Fenerbahce hatten sie, glaube ich, 3-0 gewonnen. Ja. Ja, ansonsten auch eine stabile Mannschaft wird auf jeden Fall schwierig. Also gerade in der aktuellen Phase ist das natürlich schon ein krasses Brett, was mir da vor die Nase gehängt bekommen. Aber was mir natürlich Hoffnung macht, ist, ich hoffe, Klaasner war so sauer und hat die richtigen Worte jetzt die Woche gefunden, um die Spieler zu motivieren. Wie in der Halbzeit auch schon. Ich fand, da war ein großer Sprung im Vergleich. Erste, zweite Halbzeit beim Hertha-Spiel. Das hoffe ich, dass wir das auch wieder sehen. Das heißt, dass wir nicht wieder die erste Halbzeit verschlafen. Wir haben gesehen, gegen die Bayern haben wir eine solide Leistung gezeigt. Trab überragend. Und hoffe ich auch am Donnerstag wieder drauf. Und Patricia hat was Schönes gesagt. Eventuell können wir uns an diesen Europa-League-Spielen nach oben ziehen. Darauf baue ich hier so ein bisschen, dass das unsere Highlights sind. Nicht nur für die Fans, sondern auch für die Mannschaft, damit sie einfach entsprechend in diese Unsicherheiten oder dieses Vertrauen fasst. Denn man muss wirklich sagen, wenn wir hier nochmal punkten oder nochmal sogar drei Punkte holen sollten. Das ist natürlich schon was, wo man dann sagen kann, wow, die Eintracht hat hier wirklich sehr, sehr gut jetzt in der Europa League performt. Hat jetzt ihre Punkte. Momentan sind wir ja bei vier Punkten. Das wäre schon eine feine Sache, wenn wir hier aus dieser ersten Hälfte der Gruppenphase dann ohne Niederlage rausgehen. Und ich glaube, dass man darauf wirklich aufbauen kann. Und die Mannschaft dann insbesondere nach so einem hoffentlich dann Sieg am Donnerstag auch Bochum am Wochenende dann ordentlich bespielt. Also ich hoffe darauf. Ich muss wirklich sagen, ich bin motiviert. Ich habe Lust drauf, weil ich einfach sage, schlimmer als am Wochenende kann es nicht sein. Ich brauche eigentlich jetzt so schnell wie möglich eine Ablenkung von diesem Quatsch, den wir da am Wochenende gesehen haben. Patricia? Ja, ähnlich. Also eigentlich, wie gesagt, ich hätte trotzdem gerne Pause vom Fußball irgendwie, weil meine Motivation ganz unten ist. Aber andererseits denke ich mir immer, okay, es ist eine neue Chance. Also irgendwie will ich es ja doch sehen. Und ich will ja auch irgendwie Fortschritte erkennen können. Und ich hoffe, jedes Spiel aufs Neue, dass irgendwie, man setzt sich ja immer mit einer Hoffnung vor den Bildschirm oder geht ins Stadion, je nachdem, wie man das aktuelle Handhabt. Und irgendwie, ich habe halt trotzdem Hoffnung, dass es bergauf geht. Und ich glaube, das ist so das Einzige, was mich da so ein bisschen motiviert, ist dann doch, ja, einigermaßen positiv anzugehen, weil, ja, zwischendurch bin ich immer ein bisschen abgeneigt aktuell dem Fußball. Ich weiß nicht, ich bin immer noch in diesem Down drin und es geht nicht weg, weil die Eintracht es einem jetzt auch nicht so einfach macht. Also, ja, aber gut, ich bin da irgendwie gespannt drauf zu sehen, weil ich irgendwie immer noch überzeugt bin, dass man sich irgendwie aus diesem Tief befreien werden kann irgendwann. Und ich bin gespannt, wann das passiert und wie das passiert. Und deswegen, um das zu sehen, ja, schalte ich ein beziehungsweise, ja, schaue ich mir das an und hoffe irgendwie auf Besserung. Das ist so aktuell das Mindset. Ich bin mal gespannt. Vor allem halt Europa League ist halt immer schön, weil es irgendwie auch mal andere Gegner sind. Das sind nicht immer so diese Bundesliga-Gegner, wo man halt schon irgendwie einigermaßen weiß, was man bekommt, sondern man bekommt da immer irgendwie andere Gegner, die vielleicht in ihrer Liga, wo die Liga auch komplett anders funktioniert und die Spieler haben, die man nicht jede zwei Wochen auf dem Platz irgendwo sieht. Deswegen, ja, finde ich das irgendwie spannend, ein bisschen frisch, abwechslungsreich und bin mal gespannt, wie das läuft. Wie siehst du es, René? Motivation müsste genug da sein, oder? Ach, jetzt aktuell ist Motivation eher nicht vorhanden. Aber ich weiß halt, wie das ist. Also, ich habe jetzt keinen Bock auf den Spieltag und hätte eigentlich lieber gerne irgendwie drei Tage Ruhe. Umso näher das kommt, umso nervöser werde ich und dann sitze ich trotzdem irgendwie um fünf vor neun zu Hause vorm Fernseher und bin total motiviert und gehypt und werde wieder mit Leib und Seele da dabei sein. Aber jetzt momentan, boah, weil ja nicht Fußball, können wir über einen anderen Sport reden? Irgendwie gerade nicht so die Riesenmotivation. Aber schauen wir mal. Ich bin da tatsächlich so ein bisschen wie Patrizia. Also Motivation bei dir ist eher schlecht. Motivation bei der Mannschaft müsste ja da sein eigentlich. Also ich hoffe, dass es vergleichbar ist mit dem Bayern-Spiel. Das wäre auch meine Hoffnung. Also ja und nein. Also ich bin so ein bisschen auf der einen Seite hoffe ich, dass sie diese Motivation haben. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Schiss, dass das dann wieder so einen falschen Eindruck von Sicherheit vermittelt und dann hast du am Wochenende das Spiel gegen Bochum, was ohne jetzt das Spiel am Donnerstag abschenken zu wollen. Aber für mich hätte die Liga jetzt einfach den Vorrang. Also ja, sie sollen am Donnerstag da geil spielen, aber das wichtigere Spiel ist für mich tatsächlich Bochum am Wochenende. Aber dann sollen sie doch lieber den Aufschwung mitnehmen ans Wochenende. Ich will beide Spiele gewinnen, nicht hier am Wochenende. Also da muss ich wirklich sagen. Gewinnen will ich immer. Also ansonsten und das hoffe ich, dass das bei den Spielern auch so ist, sonst brauchst du da ja nicht auflaufen. Also das ist mal die Minimum-Voraussetzung, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, was du meinst. Du meinst, dass wir eigentlich jetzt in der Liga nicht mehr drei Punkte holen. Ja, genau. Wenn man sich jetzt entscheiden müsste, würde ich auch sagen, lieber gegen Bochum gewinnen. Auch wenn es, klar, ich würde auch gerne in der Euroleague weiter dabei bleiben. Das ist gar nicht die Frage und wenn möglich beides. Aber wenn mir jetzt jemand eine Pistole auf die Brust hält und sagt, hey, du musst dir jetzt ein Spiel aussuchen, was du gewinnst, dann Bochum. Einfach weil, damit es in der Bundesliga nicht mehr so brennt und damit man da irgendwie in ruhige Fahrwasser kommt. Aber klar, wenn ich es mir komplett aussuchen dürfte, ohne Druck, dann natürlich beide Spiele gewinnen. Sehr gut, ja. Das ist übrigens auch das erste Pflichtspiel, was wir tatsächlich gegen Pireus haben. Wir haben zwar, die Eintracht hat schon ein paar Mal gegen sie gespielt, das waren aber bislang immer nur Freundschaftsspiele. Echt? Und das ist tatsächlich das erste Pflichtspiel, ja. Also wir haben schon gegen andere griechische Vereine im Pokal der Pokalsieger gespielt, aber noch nie gegen Pireus in einem Pflichtspiel. Nein. Okay. Aber wir haben ja trotzdem historische Verknüpfungen zu diesem Verein, weil das ja der Verein ist, an den damals Deteri verkauft wurde, wo die Kohle dann verschwunden ist. Die Älteren unter uns erinnern sich. Sogar im Wimmelbuch von der Eintracht spielen, glaube ich, die Deteri-Millionen eine Rolle. Sind die da nicht unter der Tribüne? Ja, ja, genau. Irgendwo unter dem Dach, glaube ich. Oder unter dem Dach. Genau. Also es gibt ja die wildesten Geschichten von sie sind irgendwo im Stadtpfal vergraben, bisschen sie sind irgendwie im Stadion oder sie sind was weiß ich wo verschollen. Aber sind ja bis heute nie, ist ja nie aufgelöst worden, was mit dem Geld tatsächlich passiert ist. Waren ja damals 17 Millionen, 17, irgendwas Millionen Mark, also umgerechnet irgendwie so 8, 9 Millionen jetzt. Keine Ahnung, wo die Kohle gelandet ist. Oh Mann. Es gab ja damals sogar ein Abschiedsspiel oder ein Ablösespiel, wo die Eintracht gegen Piraeus dann ein Spiel hatte und hat dafür nochmal 50.000 Mark extra eingesteckt. Ah, siehste Mann. Vielleicht haben sie wenigstens die sauber nach Hause gebracht. Ja, und jetzt kommt die spannendste, der spannendsten Fragen, nämlich die Frage nach dem Spielsystem und der Aufstellung. Wie wollt ihr da ins Rennen gehen? Dreierkette, Viererkette, Fünferkette, Zweierkette? Was wäre euer System? Ladies first, wenn's okay ist. Ach, ich weiß es nicht. Ich hab den Struggle, dass ich halt nicht weiß, ob ich irgendwie rotieren möchte oder ob ich irgendwie sag, komm, wir haben eine stärkste Elf, von der ich noch nicht genau weiß, was die stärkste Elf ist und mit der gehen wir jetzt in beide Spiele und ziehen das jetzt so durch. Ich weiß es nicht so genau und wenn ja, soll es Veränderungen zu härter geben? Also wahrscheinlich ja, aber welche Veränderungen und welcher Spieler ist wie viel? Also das ist so dieses GIF, wo um mich rum so diese Zahlen fliegen und ich nicht genau ausrechnen kann, was jetzt der beste Weg ist. Okay. Ich habe keine Ahnung, aber wir können ja einfach mal hinten anfangen und Trap. Ja, genau. Absolut okay. Vielleicht machen wir es mal so rum. Ich habe eine Aufstellung im Kopf. Ich sage die euch jetzt einfach mal und dann könnt ihr mir ja sagen. Wir zerreißen sie. Okay. Genau, ihr könnt sie zerreißen. Also Trap, wir spielen mit Dreierkette und zwar ein dicker links, Hinteregger in der Mitte und total crazy Tutor auf rechts. Also rechter Innenverteidiger, weil es Dreierkette hat man vielleicht schon mal hat man vielleicht schon mal gehört. Suche ich hier gerade in meiner Aufstellung den Herrn ein dicker. Wo ist er denn hin? Ah, da. So, davor Jakic und So führt für mich nach wie vor kein Weg dran vorbei. Links Kostic auch very obvious, glaube ich. Auf rechts Touré. Total faszinierend. Davor Kamada und vorne Bouré und Paciencia. Das waren elf. Könnt ihr was dazu sagen? Ja, also ich hätte auch Dreierkette genommen wahrscheinlich, einfach, weil irgendwie die Viererkette bei mir mit Lenz auseinanderfällt. Also wenn er nicht da ist, dann bin ich bei dir. Habe ich irgendwie noch nicht die ideale Lösung für die linke Verteidiger Position. Ja. Also links linksaußen und irgendwie finde ich, Lenz ist so ein Linksaußen Verteidiger, der kann das, aber irgendwie ansonsten passt mir das nicht so ganz in der Viererkette, deswegen bin ich auch eher bei der Dreierkette und bin jetzt auch nicht abgeneigt mit der Tutor-Idee. Also klar, ich weiß nicht, Hasebe hatte wahrscheinlich einfach nur einen schlechten Tag, der ist eigentlich sonst stabil und könnte dann so diese weiter in seine Libero-Position spielen und dafür Hinteregger auf die Rechte in Verteidiger Position, aber wenn, sagen wir mal, Hasebe macht ein Päuschen, ist auch nicht der Jüngste, vielleicht spielt er nur eins der beiden Spiele und ich bin jetzt nicht abgeneigt Tutor spielen zu lassen, weil er auch, als er gespielt hat, jetzt nicht negativ aufgefallen ist, muss man sagen. Also ich finde immer noch, das ist eine gute Option, die man vielleicht auch nutzen sollte. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit und bringt vielleicht auch ein bisschen Stabilität hinten rein. Tatsächlich hatte ich, um das tatsächlich endlich mal wieder zu verwenden, wahrscheinlich schon so häufig hier benutzt, wo es einfach nicht aufgefallen ist, aber Indica hätte für meinen Geschmack sogar mal eine Pause verdient, aber er ist eigentlich zu wichtig, zu stark, zu schnell, als dass wir das jetzt hier am Wochenende beziehungsweise am Donnerstag schon austesten sollten. Er braucht vielleicht einfach ein paar Spiele. Da siehst du aber, dass so jemand, der eigentlich immer super performt, auch Hinti hatte ja so ein bisschen jetzt die letzten Spiele oder die Spiele auch vorher, wo man gesagt hat, oh, der performt auch nicht so hundertprozentig, wie er das kann. Braucht vielleicht mal, hätte ihm vielleicht auch eine Pause gut getan. man sieht das jetzt, ich hoffe, dass sie sich einfach jetzt ausgespielt haben, dass das Hertha-Spiel jetzt sozusagen auch deren Cut war, die wieder performen und Hasebe, ja, da bin ich auch bei euch, der kann vielleicht ein Spiel machen, bei dem er spielt, bei beiden braucht man auch jemanden, der mitspielen kann noch und da ist Tuta, denke ich, eine sehr, sehr gute Option. Also, wenn wir hier mit Tuta eine Aufstellung machen, René, wie du das gemacht hast, würde ich auch voll und ganz mitgehen, weil er solide gespielt hat. Es ist jetzt kein überragender Auftritt immer gewesen, sondern solide und absolut, ja, man hatte eigentlich keine Angst. Das hatten wir ja schon Zeiten hier, wenn in der Innenverteidigung Spieler gestellt wurden, wo man gesagt hat, oh Gott, oh Gott, seid ihr denn wahnsinnig, ihr wollt ja verlieren, da ist Tuta, für mich kein so Fall, wo ich einfach Angst habe, sondern das ist jemand, der eine gute Leistung bringt. Ilsanke haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, der ja in den Spielen auch eine ordentliche Leistung gezeigt hat, in denen er gespielt hat, wäre vielleicht für das Spiel gegen Pireus eine Option, weil er einfach, ja, auch gegen die Bayern, hat er, glaube ich, hat er gegen die Bayern gespielt, ja, ne, wo er das wirklich ordentliche Spiel gemacht hat. Ist aber, das wäre jetzt eher eine Notsituation, wenn H7 spielen kann, Tuta wäre nicht da, dann wäre Ilsanke, hätte sich ja von selbst aufgestellt, so probieren wir es mit der Aufstellung, die ihr hier gesagt habt, lang geredet und trotzdem jetzt gesagt, okay, Tuta gefällt mir. Ja, bei Ilsanke stört mich ein bisschen, der spielt manchmal ein richtig gutes Spiel und hat dann diesen einen fatalen Fehler drin, und das ist mir irgendwie zu riskant, weil er hat immer diese, wenn er dann Fehler macht, ist das aber so grober, und ich denke mir immer, warum konntest du nicht ein paar kleine Schnitzer drin haben und ansonsten eine solide Leistung spielen? Ja. Das regt mich bei ihm so ein bisschen auf, aber ne, also Tuta finde ich okay, Toure auf rechts finde ich auch gut, Jakic, so ist nicht drüber zu diskutieren, Kamada, habe ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich unumgänglich in der Offensive, und dann die Paciencia-Boré-Idee ist ja quasi nur eine Abwandlung, Lamas raus und Paciencia rein. und halt mit zwei, tatsächlich mit zwei Stürmern, also nicht mehr diese Nummer irgendwie Kamada und dann irgendwie Heuge oder Lindström, nee, zwei da vorne, dass dann einer halt auch mal ein bisschen preisen kann, und einer halt auch wirklich mal irgendwie Bälle verwerten kann. Also Boree, Es ist wichtig, dass du das dazu sagst, dass Boree als Doppelspitze mit Paciencia auftreten soll, weil es ja so sein kann, wie er ja gespielt hat, dass er sich doch hat ein bisschen hängen lassen oder eher über die Seiten dann doch kam, also du meinst wirklich, dass beide im Strafraum näher sich aufhalten sollten? Ja, es kommt halt immer ein bisschen drauf an. Ich finde, du wärst in diesem System tatsächlich, da war es jetzt auch bei mir, wärst du halt variabel, weil du kannst auch relativ flexibel in eine Viererkette gehen, indem du halt einfach Touré nach hinten ziehst, Indica und die anderen drei so ein bisschen mehr nach links und dann kannst du einen Boree nach rechts schieben. Da hat er ja auch schon gespielt, je nachdem, wie so der Verlauf ist, ohne dass du großartig wechseln musst. Aber er ist halt auch sehr aggressiv im Anlaufen, also du kannst ihn halt wirklich auch als pressenden Spieler da vorne einsetzen, meiner Meinung nach, der halt einfach die Abwehr, den Torwart anläuft und du hast einen Paciencia, der dann als Knipser dazwischen agieren kann. Also ich würde ihn wirklich als zweite zentrale Spitze neben Paciencia stellen und Lamas einfach mal eine Pause gönnen, dass der auch mal ein bisschen aus der Schusslinie kommt. Ich würde also Boree auch gerne sehen, einfach weil der, wie du schon gesagt hast, so ein aggressiver Spieler ist, das ist so ein bissiger Spieler auch und arbeitet viel, läuft sehr viel, läuft auch viel an und genau das will ich ja sehen, das fehlt ja so ein bisschen, dass da so Schwung reinkommt und ich finde mit Kamada, der so kreativ ist und der weiß, was er tut, der Räume sieht, der Bälle gut festmachen kann, der kann das alles und dann halt so ein Boree-Wirbelwind vorne in der Doppelspitze, der sich auch fallen lassen kann, finde ich gut, also Boree möchte ich auch sehen und ich finde auch, also Lamas kann man auch mal eine Pause geben, ich glaube, das könnte ihm gut tun und Paciencia hat es sich irgendwie auch verdient, Startaufstellung zu spielen. Also wobei meine Sorge ja ist, wir kennen das, er war immer ein guter Joker eigentlich anfangs und sobald er in der Startaufstellung war, war er irgendwie Luft quasi, also man hat nichts mehr von ihm gesehen und ich weiß nicht, was das Phänomen ist und ob das wieder zurückkehrt, weil wenn ja, dann würde ich ihn nicht in der Startaufstellung sehen wollen, aber man kann ihm zumindest die Chance geben, ich glaube, er hat sich da rangebissen langsam ans Team und auch aufgrund von, ja, Lamas Nichtleistung, würde ich jetzt mal so, um es jetzt mal böse auszudrücken, finde ich, dass Paciencia das vielleicht schon mal probieren könnte und wenn es nicht läuft, kann man ihn ja immer noch auswechseln und dann Lamas als Joker bringen, vielleicht hilft ihm das, so von der Bank zu kommen und zu wissen, ich kann jetzt irgendwie noch einen Impact auf das Spiel haben und ich bin jetzt nicht derjenige, der von Anfang an was leisten sollte und es nicht geschafft hat, sondern ich bin diesmal derjenige, der reinkommt und irgendwie was Entscheidendes machen kann und vielleicht ist das ja so ein Ding, also vielleicht hilft ihm diese Joker-Rolle ja mal kurz und kann man ja auch drüber nachdenken, deswegen wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, das mal mit Paciencia zu probieren, ich meine, viel verlieren kann man jetzt eh nicht und ob jetzt ein Lamas von Anfang an spielt und es nicht läuft oder ein Paciencia, wenn, ich meine, was soll passieren, dann spielt Paciencia und es läuft nicht, okay, dann hätte es mit Lamas wahrscheinlich auch nicht besser geklappt, von daher kann man ja versuchen, vielleicht läuft es besser und wenn nicht, gibt es immer noch die Wechselmöglichkeit und vielleicht, wenn die mal die Rollen tauschen, vielleicht funktioniert es ja, wer weiß. Ja. Und dann hat man ja auch immer noch hier Hauge und Lindström und man kann komplett vorne die Doppelspitze auflösen, falls das irgendwie besser in den Spielverlauf passt, das sind ja Möglichkeiten da, so ist es ja nicht. Ja, aber wir müssen ja schon ein bisschen mehr in die Offensive da gehen. Also die Zeit von, wir spielen jetzt hier irgendwie Murmelfußball, das Thema ist jetzt auch durch. Ja, Murmelfußball, eine Frage noch zu Rode, wie fit ist er denn? Meint ihr, er wäre eine Option und wird auf der Bank sitzen oder ist er gar nicht, meint ihr, er ist gar nicht so fit und so nah an der Mannschaft, dass er eine Option sein könnte? Denn nicht für die Startelf, das meine ich jetzt nicht, sondern eher, ich würde gerne, wenn es das Spiel geben sollte und wir einfach so eine Brechergruppe in der Mitte brauchen, gerne mit einem Jarkic, einem Rode und einem So davor agieren, weil man schon sagen muss, so geht manchmal etwas der Spielfluss verloren, wenn er zu viel mit hinten helfen muss. Und ich weiß jetzt nicht, dafür habe ich zu wenig Spiele von Piraeus gesehen, um zu sagen, wie ist das eigentlich? Wie muss die Dominanz im Mittelfeld sein? Brauchen wir da vielleicht noch einen starken Mann mehr? Ist dann Rode auch jetzt schon fit und ohne Spielpraxis bringt er uns da überhaupt weiter? Aber so ein Spielsystem, man muss auch immer sagen, das ist auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Stabilität, die du vielleicht im Mittelfeld dann brauchst, um die Ketten vielleicht auch ein bisschen enger zu stellen, kann natürlich dann auch mit so einem Wechsel passieren. Aber habt ihr was mitbekommen? Wie nah ist Rode an der Mannschaft? Wisst ihr das? Er ist wieder normal, soweit ich das verstanden habe, im Training. Mannschaftstraining, kannst du mal. Er wird zumindest nicht offiziell als fehlend ausgewiesen. Also ich würde von daher davon ausgehen, dass er mal mindestens auf der Bank sitzt. Ja, könnte gut sein, ja. Also ich würde mich freuen. Muss ja auch nicht bei dem Spiel jetzt sein. Weil uns auch, ich finde im Mittelfeld, dieses Sojakets-Doppel-6 finde ich gut. Das ist gar nicht das Problem. Aber insgesamt im Spielaufbau, finde ich, könnte so ein Rode auch helfen. Einfach. Der hat so ein bisschen diese Ballsicherheit und aber auch dieses Giftige, was irgendwie, und so eine Präsenz einfach. Und ich weiß nicht, ob ich dann zu viel Hoffnung immer in die Spieler lege, die gerade abwesend sind und mich damit über Wasser halte. Das kann natürlich sein, dass das so ein Coping-Mechanism ist. Aber nee, ich glaube, er hat Qualitäten, die helfen könnten, zu stabilisieren einfach. Er ist ja einer, der eben in dieser Achse drin war, die geblieben ist und die eigentlich auch Stammkräfte waren. Und deswegen, glaube ich, könnte so eine Rückkehr von Rode auch guttun. Ob das jetzt schon gegen Pyrreos der Fall ist, ich sage immer Pyrreos, Pyrreos der Fall ist, dann, das weiß ich nicht, aber freut mich auf jeden Fall, dass das in Aussicht gestellt wird, dass er bald wieder eine Option ist oder vielleicht jetzt schon. Also wäre auf jeden Fall gut, meiner Meinung nach, ihn mal mindestens als Backup mit dabei zu haben, sodass du ihn im Zweifelsfall auch einfach einwechseln kannst, wenn du entweder noch jemanden da mit einer defensiven Grundordnung haben willst oder Jakic vielleicht mal rausnehmen willst, um ihn dann alternativ zu bringen, weil der ist ja auch momentan bei jedem Spiel 90 Minuten oder sehr lange immer mit dabei. Da muss der dann auch mal gucken. Ich habe ja mal für die Ersatzbank mit aufgenommen. Prima, mit der Aufstellung. Ihr hattet auf rechts auf jeden Fall mit Touré beide gesagt, oder? Patricia, du auch? Ja. Liegt das, also ihr wollt auch, dass Touré jetzt ein bisschen Spielpraxis mal bekommt und mal zeigen kann, weil eigentlich muss man sagen, Durm ja auch wieder eine Option sicherlich wäre in so einem Spiel. Für mich ist da Chandler, finde ich, ist erst mal raus. Da kostet er sowieso, ich weiß gar nicht, ist er verletzt? Ist er nicht verletzt? War ja jetzt gar nicht gerade, glaube ich. Also nach meinem Wissen ist er nicht verletzt. Da wäre vielleicht auch Durm noch eine Option gewesen, aber ihr sagt, Touré eigentlich für mich auch alleine durch die Qualität, die ein Touré mitbringt, eigentlich derjenige, der einfach ein bisschen Spielpraxis braucht und deshalb spielen soll. Ich wollte nur noch mal fragen, Durm wäre, ja auch noch da, aber ihr habt bewusst gesagt, lieber Touré. Also Touré wäre für mich der spielerisch stärkere und deswegen habe ich ihn da jetzt gesetzt. Okay. Ich finde auch, ich finde offensiv bei Touré kommt mehr. Also man sieht zumindest, er kommt nach vorne, das klappt nicht immer alles, aber ich glaube, er hat irgendwie mehr offensiv Drang und ich glaube, er kann das auch einfach besser als Durm und deswegen gefällt mir es auch besser und von daher würde ich das gerne weiter noch mit ihm probieren, obwohl das auch irgendwie ein bisschen unfair Durm vielleicht gegenüber ist, der einfach immer solide war und dann, ja, zurückkommt und vielleicht auch seinen Platz zurückgewinnen möchte, aber ich weiß nicht, ich habe so eine Touré-Obsession so ein bisschen entwickelt, weil der so lange verletzt war und ich die ganze Zeit gehofft habe, oh, komm zurück, komm zurück, vielleicht ist das was für die rechte Seite, deswegen will ich das gerne weiter sehen jetzt noch. Ja. Nein, bin ich bei euch. Sehr schön. Dann, Dennis, Tipp? Gut, jetzt habe ich mich ja schon vorhin weit aus dem Fenster gelehnt, wir müssen hier gewinnen, jetzt muss das positive Zeichen kommen, ich tippe für das Spiel am Donnerstag auf ein 2 zu 1 für die Eintracht. Patricia? Das war auch mein Tipp und ich lasse mir den auch nicht wegnehmen, ich tippe auch 2 zu 1. Ich habe mich für ein Ergebnis entschieden, was wir diese Saison noch gar nicht gesehen haben, nämlich ein 1 zu 1. Das ist ja hier gewagt. Ja, ich bin Zwecksoptimist. Du Wahnsinniger. Ja, ich bin total wahnsinnig. Ja, und nach dem Spiel gegen Pyreus, wie Patricia sagt, spielen wir dann am Wochenende gegen Bochum in der Historie, wo es ja vor 21 Jahren schon mal diese Reihenfolge der Aufeinandertreffen gab, nämlich Bayern, gegen das man gewonnen hat, dann Hertha, gegen das man vor 21 Jahren verloren hat, traf man danach auf Bochum und hat auch dieses Spiel verloren. Ich will jetzt nicht im Detail mit euch über Bochum sprechen, weil das ist echt noch arg weit weg, aber so, was ist denn so euer Eindruck von dem Spiel und wie sehr ist dann vielleicht auch die Mannschaft und auch der Trainer bei diesem Spiel dann unter Druck, weil Bundesliga acht Spieltage wenig Punkte. Patricia. Bitte? Bei mir war gerade die Verbindung kurz weg. Ich stelle jetzt nochmal die Frage. Diese Verbindung heute. Ich sagte, wie sehr ist die Mannschaft am Sonntag gegen Bochum unter Druck und vor allen Dingen auch der Trainer? Wie schätzt du das ein? Ja, schon stark unter Druck. Also das Problem ist halt, es müssen jetzt Punkte her, sonst rutscht man halt in noch unangenehmere Gegenden ab und es ist halt auch dieses typische, du hast halt jetzt den Aufsteiger als Gegner. Also du hast auch keine Ausreden, du kannst nicht sagen, oh das sind die Bayern, na da muss man jetzt aber erstmal nochmal abwarten, wie das läuft und danach das Spiel schauen. Nee, es sind jetzt, ich glaube es kommt jetzt Bochum, dann Leipzig und dann Fürth, wenn ich richtig informiert bin. Das ist korrekt. Das sind zwei Aufsteiger in drei Spielen, die du schlagen musst, also sechs Punkte sind das Minimum, was da rausgeholt werden muss. Ich kann nicht sagen, ach ja, wenn es gegen Bochum nicht so läuft, ist es nicht so schlimm. Nein, man hat sich überhaupt keinen Puffer erarbeitet und man muss jetzt punkten. Also da gibt es jetzt nicht dieses, na wenn das mal schief geht, dann geht es mal schief. Nee, es ist jetzt einiges anderes schief gegangen, jetzt muss es auch mal wieder richtig laufen und dazu gehört halt ein Sieg gegen Bochum und der Druck ist halt da, aber den hat man sich auch irgendwie selbst ein bisschen auferlegt und ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass es einfach wird, weil das halt eben ein Spiel sein wird, wo die Eintracht wahrscheinlich viel den Ball haben wird und wir wissen ja alle, wie gut sie damit umgehen kann, aber da müssen sie halt Lösungen finden. Ich meine, vom Kader her ist es halt einfach offensichtlich die überlegene Mannschaft, also die Eintracht. Deswegen gibt es da keine Ausreden und gegen Bochum muss man sich da irgendwie am Riemen reißen und wenn es ein 1-0 ist, ein dreckiges, aber drei Punkte müssen halt her. Dener Siehst oder Sehnlich? Ja, H genauso, fast nichts mehr hinzuzufügen. Ich muss sagen, Bochum auch offensiv wirklich schwach, 5 zu 16 Torbilanz, man muss, oder Tordifferenz besser gesagt, wie muss man sagen, hier muss die Eintracht ihr Tor machen, sie darf hinten keine individuellen Fehler machen, das Bochum einzuladen, hier Tore zu machen, dann gewinnst du das Spiel. Das ist Pflichtaufgabe, wie die Patrizia das gesagt hat. Die haben jetzt mal gegen Fürth gewonnen, aber das ist wirklich auch, ja, das ist ja da unten wie ein Schneckenkampf. Das ist schon, jetzt müssen wir hier aufpassen, dass wir die Eintracht auch nicht zu klein reden. Die Eintracht ist, der Kader ist schon auch in Ordnung, die Eintracht muss einfach dann wieder ordentlich performen und dann glaube ich, sollte Bochum auch kein Problem sein. Das ist was anderes, als jetzt hier die Hertha, die einfach halt in der Scheiße steckt und trotzdem einen krassen Kader hat. Das ist ja bei Bochum nicht gegeben. Bochum hat ja hier nicht den übermenschlichen Kader, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, hoffentlich performen die an dem Spieltag nicht. Bei der Hertha ist es ja eher so, man haben die eigentlich einen krassen Kader und bringen nichts auf die Kette oder auf den Asphalt. Das ist schon hier ein bisschen eine andere Situation. Ich denke, dass die Eintracht hier einfach solide runterspielen muss, nicht zu viel zulassen darf, ich glaube aber auch nicht zu viel zulassen wird. Bochum muss gewonnen werden. Jetzt ist es aber natürlich so ein Punkt, da hat die Patrizia auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich, du musst hier aufpassen, dass du jetzt aus den nächsten drei Spielen diese sechs Punkte auf jeden Fall holst, weil sonst hast du hier echt Probleme. Also jetzt rede ich hier so, ach Bochum, das wird schon und Dings. Das muss auch passieren, weil wieder so ein Spiel wie gegen die Bayern musst du nicht gewinnen. Leipzig ist auch so ein Spiel, das musst du nicht gewinnen. Da musst du eigentlich nicht mal unbedingt punkten. Wäre zwar schön, aber keine Pflicht. Da will ich nicht am Ende darauf angewiesen sein, dass ich da meine Punkte geholt habe gegen die Bayern und gegen Leipzig, um hier nicht komplett hinten drin zu stehen. Und das hat die Eintracht selbst in der Hand. Dafür ist der Kader gut genug, die Qualität ist gut genug. Es ist ja hier an der einen oder anderen Stelle muss jetzt einfach der Knoten platzen, die Unsicherheit muss weg. Und ich mache mir aber keine Sorgen, wir haben, glaube ich, in den letzten Spielen immer ein Tor geschossen in jedem Spiel. Dann wird es gegen Bochum sicherlich auch der Fall sein und darfst halt einfach hinten keins fangen und dann ist alles gut. Das hat ja schon oftmals funktioniert, dieses Prinzip des mehr Tore schießens, als man kassiert. Ja, richtig, auf jeden Fall. Nein, aber da müssen wir eigentlich auch, die Offensive müssen wir keine so große Angst haben eigentlich. Um unsere oder um die von Bochum? Das ist die Frage, ja. Also um unsere Offensive habe ich da teilweise schon ein bisschen Angst. Aber mal gucken, vielleicht hilft ja das positive Erlebnis aus dem Donnerstagsspiel und dann schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall im Vorfeld des Spieltages auch diesmal wieder einen kurzen Ausblick bei den Kollegen von Spiegel Online veröffentlichen, bei den Fan-Experten. Von daher können wir euch heute jetzt noch nicht so viel sagen, aber ihr könnt es dann ab Freitag auf der Seite von Spiegel Online wie vor jedem Spieltag nachlesen. Super. René, eine Sache, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen. Yes. Eine Frage habe ich an euch. Die Thematik, die ja hier die letzten Tage wieder umgeht. Was ist mit Junis? Comeback? Kein Comeback? Wie steht ihr dazu? Das würde mich mal interessieren, denn man sieht ja, wir haben hier Probleme. Wir haben hier Probleme gerade auch auf einer Position, die Junis natürlich super erfüllt hat, bevor diese ganze Scheiße gelaufen ist, die eben da war. Wie seht ihr das? Wie steht ihr dazu? Denn es ist ja so, er ist da, er hat Vertrag, er ist angeblich, hält er sich fit. Das heißt, es ist jetzt auch keiner, der hier irgendwie die Couch-Potato macht und keine Leistung bringen könnte. Wie seht ihr das? Was ist da euer Take zu, könnte Junis eine Option sein, um aus diesem ganzen Dilemma zu kommen? Und wäre das dann dieses Revival 2.0, wie was letzte Saison, als er, wann ist er gekommen und hat hier die Siegesserie eingeläutet? Winterpause. Oktober oder so? Also, wie steht ihr denn dazu? Oder ist das eine Option, da bringst du dir jetzt mehr Unruhe und noch mehr Quälereien rein, als das sein muss? Patricia, möchtest du zuerst oder soll ich? Ja, ich kann es machen. Ich finde es schwierig. Also, es ist ja unbestritten, dass er fußballerische Qualität hat und dass er vielleicht ein Element mitbringen könnte, was der Eintracht aktuell fehlt. Also, rein sportlich, klar. Andererseits, er hat halt gar nicht mit der Mannschaft trainiert. Ich weiß nicht, ob das kurzfristig schon eine Lösung ist, die auch sofort so funktionieren würde. Und dann halt eben, es gibt ja Gründe, weshalb er nicht mehr im Mannschaftstraining ist, weshalb er nicht mehr im Kader ist, weshalb er eigentlich auch gehen sollte. Und ich weiß halt nicht, man hat ja immer so gehört, das Tuch ist zerschnitten und auch innerhalb der Mannschaft irgendwie wohl nicht so alles grün. Und ich weiß nicht, ob das dann hilft, wenn er zurückkommt und ob es dann irgendwie nicht vielleicht Personen gibt, die dann da so komplett dagegen sind und das dann irgendwelche zusätzlichen Spannungen noch reinbringt. vor allem, wenn man auch bedenkt, dass dann, sagen wir mal, er schafft es sportlich recht schnell, sich wieder ranzuspielen und ist dann auch eine Option für die Startelf, dass da irgendwie dann jemanden den Stammplatz wegnimmt und dann ist man so, ah ja, aber ist das nicht der, der sich irgendwie, weiß ich nicht, durch Fehlverhalten aufgefallen ist und dass das dann irgendwie intern so Spannungen gibt. Ich weiß halt nicht, ob das hilft. Wenn das nicht der Fall wäre, falls man sich da doch noch irgendwie aussprechen könnte, ich weiß jetzt aktuell nicht genau, was vorgefallen ist. Ja, aber anscheinend war das ja nicht möglich, weshalb er ja eben jetzt da ist, wo er ist und nicht bei der Mannschaft. Und deswegen weiß ich nicht, ob das dann nicht, ja, so Teambuilding mäßig kontraproduktiv wäre und ob das dann nicht vielleicht eher, ja, schädlich ist für, fürs Mannschaftsklima, als dass es jetzt so helfen würde, obwohl er natürlich sportlich sicherlich die Qualitäten mitbringt, um der Eintracht weiterzuhelfen. Also ich habe da eine ganz klare Meinung und sage, es bringt überhaupt nichts, vorne bis hinten nicht. Auch wenn von diesen ganzen Geschichten mit Unruhe in der Mannschaft und so weiter nur die Hälfte von richtig ist und wir hatten vorhin gesagt, was die Mannschaft jetzt gerade nicht braucht, ist zusätzliche Verunsicherung, wird es an dieser Stelle nicht helfen. Egal, was du machst, ob er jetzt auf der Bank sitzt nach der ganzen Zeit und diesen ganzen Diskussionen, die gelaufen sind oder sogar im schlimmsten Falle, in Anführungszeichen, auf dem Feld steht und dafür dann in Holge oder in Lindström draußen sitzt, es wird zu Unruhe kommen und Unruhe haben wir gerade sowieso schon genug und ich glaube nicht, dass er nach der langen Pause uns tatsächlich so direkt spielerisch weiterhilft, dass es das wert ist. Ja, ich bin prinzipiell da voll bei euch und insbesondere auch bei dir, René. Man muss aber sagen, Qualität muss sich durchsetzen, wenn wir hier jemanden haben, der uns helfen kann und der uns auch im Winter, wir hoffen glaube ich alle darauf, dass im Winter nochmal eingekauft wird und zwangsläufig werden Leute, die momentan in der Startelf oder sehr viel Spielzeit bekommen, da eine Reihe zurücktreten müssen. Ob das ein Lindström, ein Holge ist, die einfach offensichtlich noch nicht das Niveau haben, das wir uns vielleicht erwünscht haben, auch in der Übergangssaison, von der wir alle reden und ja klar, dem muss den Jungen auch Spielzeit geben, trotzdem musst du natürlich auch aufpassen, dass du nicht komplett da hinten reinrutschst und wenn du Qualität hast und das ist für mich auch die Frage, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, inwieweit hier ein Junis auch qualitativ uns überhaupt weiterbringen kann, ist er vielleicht im Winter so oder so weg, steht er auf der Verkaufsliste, wird er wieder nicht verkauft, ich weiß gar nicht, wie lange wir hätten ihn dann noch, hat denn, was ist denn mit dieser Kaufoption, wurde die gezogen, wurde die nicht gezogen, hat da nochmal irgendjemand was gelesen, hängt der jetzt an uns die nächsten Jahre oder können wir ihn halten? Also das Letzte, was ich gehört, gelesen habe, war, dass die noch nicht gezogen wurde, aber das war jetzt auch eher so hören, sagen, da war jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Konkretes dran, ich weiß es ehrlicherweise bin auch nicht so sicher, aber ich glaube, das Ganze gestaltet sich ja eben noch so schwierig, weil halt noch Napoli mit drin hängt, also hätte man die Kaufoption schon gezogen, würden die ja nicht mehr mit drin hängen und die Eintracht könnte ja, glaube ich, komplett alleine verwalten, was jetzt mit diesem Spieler passiert und vielleicht sogar eine Vertragsauflösung anstreben, aber das geht, glaube ich, nicht so einfach eben, weil Napoli noch mit drin hängt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die noch nicht gezogen wurde und um nochmal einen Punkt aufzugreifen, den Dennis gerade meinte, dass dann Leute wahrscheinlich so oder so irgendwie auf die Bank rutschen werden, das kann passieren, es ist halt nur eine andere Situation, wenn man im Winter jetzt jemanden Neuen kauft oder leiht und der sich dann, das ist ein unbeschriebenes Blatt in der Mannschaft, der kommt neu dazu und setzt sich einfach durch Leistung durch beziehungsweise kommt mit Vorschusslorbeeren, weil er, keine Ahnung, weil in ihnen Hoffnung gesetzt wird, dass irgendwas besser läuft und dann rutschst du irgendwie auf die Bank, ich glaube, das kann man besser akzeptieren und sich wieder rankämpfen, als wenn irgendwie jemand zurückkommt, von dem man dachte, der ist weg, weil er sich schlecht verhalten hat, weil es irgendwie Querelen gab und das war so ein rotes Tuch im Verein und jetzt holt man den zurück, weil es eben nicht so gut läuft und setzt es jemandem vor die Nase, der sich wahrscheinlich vorbildlich verhält im Teamtraining und sein Bestes gibt, aber halt eben nicht die Leistung bringt, die man jetzt bräuchte vielleicht und ich glaube, das ist irgendwie ja so mannschaftsmäßig ein größeres Problem, als wenn da jemand, wenn man den Stammplatz verliert wegen eines neuen Spielers, der halt neu kommt, was normal ist, komplett in dem Business und ich glaube, jeder Fußballer weiß, dass das passieren kann. Ja, nee, völlig, völlig richtig, ja, habt ihr recht. Dann hoffen wir mal auf gute Transfers trotzdem im Winter. Wie gesagt, das ist nur schade und das tut mir um diese Personalie einfach leid, um Younes, um die Qualität, denn das ist eigentlich was gewesen, wir haben teilweise ja sehr, sehr lange Zeit davon profitiert, dass wir so jemand noch, es ist schon ein Game Changer Spieler teilweise oder ja, ein sehr, sehr wichtiger Spieler in unserem Spielsystem auch gewesen, deshalb tut es einem halt schon leid, er steht eh auf dem Gehaltszettel, du hast ihn da und dann ist so ein Mist, keine Ahnung was gelaufen ist, immer schwierig zu einzuschätzen, aus externer Sicht so oder so, aber ihr habt völlig recht, wir müssen natürlich hier auch aufpassen, dass man jetzt nicht komplett den Verein wahnsinnig macht, durch dann vielleicht eine Aktion, die eh nur bis zum Winter Bestand hat und am Ende geht er dann eh, das wäre natürlich dann die sauberste Nummer, ne? Genau. Aber guter Punkt von dir, Dennis, aber ich halte es tatsächlich für kritisch. So, was ich nicht für kritisch halte, ist unsere gute Tat der Woche, die wir geschickt bekommen haben und da brauchen wir diesen Jingle hier. die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt veröffentlichen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Lieb hat uns auch der Roman, der hat uns nämlich einen Hinweis geschickt auf eine Aktion des weltweit bekannten Fußballvereins FT Großmittlum und in Kooperation mit der MDA Zeitung, die nämlich gerade eine kleine Benefizaktion haben. Die haben von allen Bundesliga-Vereinen signierte Trikots bekommen und versteigern die jetzt und das Geld geht nachher an einen gemeinnützigen Verein, der bei der Krebshilfe beziehungsweise genauer gesagt bei Leukämie hilft. Das ist eine sehr schöne Aktion. Da ist aktuell das Eintracht-Trikot in der Verlosung. Startgebot sind stolze 250 Euro und die hat der Roman jetzt eingeworfen und vielleicht hat der ein oder andere Interesse an einem signierten Eintracht-Trikot und das Geld würde dann eben einem gemeinnützigen Zweck zugutekommen und ein bisschen altmodisch das Gebot, könnt ihr per E-Mail bei dem Chefredakteur der MDA Zeitung abgeben. Von daher, ihr wisst nicht genau, wo es steht, aber wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr da zumindest mal ein Gebot in den Ring werfen. Ich werfe euch mal sowohl die Kontaktdaten als auch einen Link und einen Auszug des Zeitungsartikels in die Shownotes, dann könnt ihr da mal nachlesen. Ich finde es eine sehr interessante und schöne Aktion und selbst wenn ihr das nicht tut, stehen da die Kontaktdaten des Vereins drin und und wir hatten ja hier auch schon des Öfteren aufgerufen, wenn ihr tatsächlich noch nicht Knochenmarkspender seid, dann könnt ihr euch da ganz easy typisieren lassen und in vielen Fällen das einfach mit Abgabe von ein bisschen Blut dann demjenigen, der da Hilfe braucht oder derjenigen dort weiterhelfen. Also von daher gibt es überhaupt keine Ausrede, da sich nicht in irgendeiner Art und Weise in diesem Thema zu engagieren. Ja, ja. Sehr gut. Frage an euch, habt ihr Empfehlung? Also ich bin nicht wirklich, also ich habe nur Serien geguckt, die man entweder schon kennt beziehungsweise die sowieso gerade im Hype sind, also Squid Game und wahrscheinlich hat es sowieso schon jeder gesehen oder davon gehört. Von daher brauche ich jetzt nicht viel empfehlen. Also ich bin einfach nur Mitläufer, weil das jetzt sich jeder reingezogen hat, habe ich es mir auch angeschaut. Ist eine Empfehlung von deiner Seite? Ja, ich finde, man kann es ganz gut weggucken eigentlich. Ich fand es ganz gut. Ich habe es tatsächlich mit, tatsächlich, mit Untertiteln geguckt. Deswegen musste ich mich auch konzentrieren, da mitzulesen. Aber ja, ich fand es ganz gut. Sind halt auch gar nicht so viele Folgen. ich weiß gar nicht, wie viele es waren letztendlich. Fünf? Waren es nur fünf? Wie lange geht so eine Folge? Ich glaube, es sind nicht viele. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich meine, es werden nicht viele. Ich glaube, so eine Folge geht fast eine Stunde. Ich glaube, länger als 45 Minuten. Ich gucke mal kurz. Squid Game Folgen. Ich habe es nämlich vergessen, weil ich habe auch noch andere Sachen geguckt. Folge Nez, neun. Neun Folgen. Warum kam ich denn auf fünf? Ähm, bei Haus des Geldes sind fünf Folgen zum Beispiel. Ne, deswegen war es nicht. Das habe ich nämlich auch geguckt, obwohl das schon länger draußen ist, jetzt der nächste Teil, aber ja, von daher, ich habe nur so Sachen geguckt, die sowieso schon, aber kann man sich anschauen, ja. Also, falls ihr nicht wisst, was ihr gucken sollt bei Netflix. Squid Game, sehr gehypt. Ich glaube, aktuell die erfolgreichste Serie auf Netflix überhaupt. ähm, von daher. Also, ich glaube, bis ich zu dem Zeitpunkt komme, dass ich nicht weiß, was ich gucken soll oder will, also, da vergehen noch ein paar Jahre, meine, meine, meine Watchlist ist dermaßen lang, äh, es ist echt krass. Ja, man kennt's. Ich überlege gerade, warum ich auf diese fünf Folgen kam und das ist mir wieder eingefallen, das war nämlich, ähm, eine Empfehlung, die ich jetzt bekommen habe, die ich auch auf meiner Watchlist habe, aber auch noch nicht geguckt habe, ist, äh, The Billion Dollar Code, ebenfalls eine Serie auf Netflix und geht um, ähm, das Unternehmen, wie heißen sie, Terraform, glaube ich, ähm. Google Maps, oder? Genau, der, der Vorgänger oder die eigentliche Code-Basis für Google Earth, nicht Maps, Google Earth. Ja, Google Earth. Genau. Soll eine sehr gut gemachte, äh, Doku-Serie über das Thema sein, kann ich, glaube ich, auch an der Stelle, ohne dass ich's gesehen habe, empfehlen. Wir packen mal einfach mal beide Serien rein, falls ihr am Wochenende wenig Lust auf Fußball habt, was wir nicht hoffen wollen, ähm, dann könntet ihr das beides mal schauen. Leider, leider kann ich, äh, das Einzige, was ich gesehen habe, kann ich aber nicht wirklich empfehlen, äh, weil ich's diesmal relativ schwach fand, war die aktuelle Staffel LOL. Nicht spoilern, ich bin noch mittendrin. Okay. Also sie ist, äh, Staffel 1 fand ich richtig gut. Ja. Äh, Staffel 2, naja. Also wer, wird besser. Wer nicht weiß, was LOL ist, in dem Fall ist das Last One Lothin, Lothin, ist ja eine, ist das auch amerikanisch oder englische, äh, Original-Serie, ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Ähm, anyway, 1 by Vibe, das weiß ich auch nicht tatsächlich, ja. geht im Prinzip darum, dass, zehn, ja, müssten zehn sein, äh, Comedians, äh, in einem Sechs-Stunden-Format, also es wird sechs Stunden am Stück aufgenommen, und es gibt dann nachher eben mehrere, äh, Folgen, in denen das dann ausgestrahlt wird, quasi zusammen in einem Raum verbringen und sie dürfen maximal zweimal lachen und danach fliegen sie quasi raus. Und die erste Staffel war sehr, sehr stark. Ähm, ich fand die zweite jetzt bislang vor der Besetzung auch nicht so optimal, aber noch so, dass ich weitergucke. Ich bin jetzt bei, ja, ja, ja. Die vierte Folge habe ich jetzt rum. Ja, man kann sich's schon mal reinziehen, aber wer jetzt das, also die erste fand ich richtig, richtig stark, die dritte gibt's, wurde wohl jetzt auch schon, äh, veröffentlicht mit einigen, also veröffentlicht im Sinne von, wer da teilnehmen soll, ähm, also man kann sich das schon reinziehen, aber es ist tatsächlich, spätestens dann, wenn Rick Cavani da wieder dasteht und irgendwelche lustigen Geräusche macht, ist halt sowieso alles gut. Nein, ähm, kann man sich schon mal reinziehen, also, ja, ist schon, ist okay, ist okay. Zu finden auf Amazon Prime, ne? Genau, das gibt's nur bei Amazon und die anderen beiden gibt's nur bei nette Flickse. Genau, bei ihrem Streaming-Anbieter das Vertrauen uns einfach mal vorbeischucken, äh, vorbeischauen. Irgendwie hat man ja heutzutage sowieso gefühlt alles. Gezwungenermaßen, weil immer die erste Halbzeit-Eintracht da läuft und die zweite da und irgendwann wird's so sein. glücklicherweise noch nicht, dass in der Halbzeit der Streaming-Anbieter wechselt. dann wäre ich total wahnsinnig, wenn das noch kommt. Wobei auszuschließen ist es wahrscheinlich nicht. Und die Halbzeit-Analyse ist dann auch nochmal wo ganz anders. Das ist dann alles aufgesplitte Vorberichte auch noch wo anders. Also ich könnte sogar mit 25 Minuten Halbzeitpause hast du ja dann noch ein bisschen Zeit, ja? Ja, genau. Ja, also ich könnte sogar fast damit leben, wenn keiner von den beteiligten Parteien Sky heißt, dann könnte ich fast damit leben. Ach, nee, nee, tut mir nicht. Dann ist es wahrscheinlich RTL Now. Ja, wenn von denen die Halbzeit-Variante kommt, wo du einfach 25 Minuten jede Strafraumszene über alle 18 Kameras gezeigt bekommst, ist das auch noch okay? Kann ich auch, also finde ich entspannter als jetzt irgendwelche saublöden Fragen, die da irgendwie gestellt werden. kann ich tatsächlich mit leben. Aber schauen wir mal. So weit ist es noch nicht. Man hat immer das Gefühl, wir sind nicht die Zielgruppe. Das ist hier das Problem. Man hat immer das Gefühl, wir können nicht die Zielgruppe sein. Denn angeblich ist das zielgruppenorientiertes Fernsehen. Und wenn man sich anschaut, was das für eine Scheiße teilweise ist, können wir die Zielgruppe hoffentlich nicht sein. Aber ich weiß auch nicht, ob da andere die Zielgruppe sind. also weiß ich nicht. Irgendjemand wird wahrscheinlich gefragt und findet es gut. Und das erschreckt. Das ist das, was mich am meisten erschreckt. Bestimmt werden die immer so gezwungen. Die werden die ganze Zeit angerufen mit Telefonterror, bis die irgendwann dann sagen, ja, finde ich alles gut, so wie es ist. Und dann sagen die so. Und dann haben sie einen Haken dran und sagen, ja, hier, der Herr Schmidt hat gesagt, ist alles gut. Und dann rufen die nicht mehr mit Telefonterror. Und du sagst das dann einfach nur, damit du die abwimmelst. Also irgendwann sagst du dann halt nur noch, ja, ja, nee, alles ganz toll, wie ihr macht. Habt ihr jetzt, was ihr wolltet? Ja, super, dann musst du mich auch nicht mehr anrufen. Und ich bin mir sicher, dass das so abläuft. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe kurz überlegt, warum mich denn da noch nie jemand angerufen hat. Und dann ist mir eingefallen, dass ich zum Beispiel die Nummer von Sky im Telefon gesperrt habe. Sie können mich gar nicht anrufen. Von daher hat sich das Thema wahrscheinlich auch relativ schnell erledigt. Ich wollte gerade sagen, auch Patricias Methode der Meinungsforschung klingt ja nach österreichischen Methoden. die wollen wir hier ja nicht haben. Dass die Sachen schon vorher gekauft wurden. Aber gut, egal. Anderes Thema. Anderes. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Aber also das mit der Idee, Patrizia, falls es mal so kommen sollte, dass in der Halbzeit der Streamingdienst sich gewechselt hat, wissen wir, die Idee stammt aus der Folge 453 des Eintracht Podcasts, sponsert bei Patrizia dann. Dann bedanken wir uns dann bei dir. Diese rechtzeitig hat patentieren lassen und damit dann Kohle einsteigt, kann man da glaube ich auch mitleben. Ja, mit dem Hass, den ich dann abbekommen, weil das dann so ist, kann ich mitleben dann auf meiner einsamen Insel, die ich mir gekauft habe, von dem Geld. Die brauchst du dann, aber auch die einsame Insel. Gut. Mit diesen Horrorszenarien und diesen paar Empfehlungen, die wir euch dann hier am Ende noch gegeben haben, entlassen wir euch in die Nacht, den Tag, die Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne eben genannte Restwoche. Genießt das Spiel am Donnerstag gegen Pyrreos, entweder im Stadion oder zu Hause am Fernseher und das Spiel am Wochenende gegen Bochum und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. Hey. 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 Hey, hey, I gotta run, boy Hey, 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 I gotta run, boy Hey, 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 I gotta run, boy